Fitness mit Marc Folge 367 Herzlich Willkommen zu Fitness mit Marc, wo sich alles darum dreht, dass du nackt gut aussiehst. Und hier ist dein Gastgeber. Er ist nicht sonderlich geschickt darin, Zimmerpflanzen am Leben zu halten. Marc Maslow! Moin Moin, ich bin Marc Maslow, dein dranbleibend Fitnesscoach von Marathonfitness.de. Wenn du schon länger Sport machst, dann ist es recht wahrscheinlich, dass du schon mal Erfahrungen gemacht hast mit entweder Sportverletzungen, vielleicht auch dem Zwicken oder Zwacken im Kniegelenk oder in anderen Gelenken oder in der Muskulatur. Viele von uns haben auch Probleme mit Rückenschmerzen. Das ist ja so eine Art Volkskrankheit. Und die Frage ist ja, wie gehst du damit um, wenn das Kind in Brunnen gefallen ist? Wie gehst du mit Sportverletzungen um? Es gibt ja auch solche Dinge, vor denen viele sehr großen Respekt haben, häufig auch zu Recht, wie Bandscheibenvorfälle. All das sind Themen, die es wert sind, drüber zu sprechen. Wie kannst du mit solchen Verletzungen umgehen, wenn sie auftreten? Und vor allen Dingen, was kannst du dafür tun, dass es gar nicht erst so weit kommt? Denn du wirst dich wundern, in den meisten Fällen sieht die Ursache und sieht die Lösung vielleicht ganz anders aus, als du bisher dachtest. Und weil das ein absolutes Fachgebiet ist, habe ich mir auch einen solchen Fachmann heute hier in die Folge reingeholt. Der steht hier neben mir und er ist Facharzt für Orthopädie, Sportmedizin und Unfallchirurgie. Hat Humanmedizin studiert in Homburg, in Kapstadt und bei uns hier in Hamburg. Promoviert am Institut für Sportmedizin in Saarbrücken. Ist Mannschaftsarzt beim ersten HTHC, also Hockey-Bundesligist. Als Turnierarzt tätig bei der Beachvolleyball-WM, der Euro-Hockey-League und dem ATP-Tennis-Turnier hier in Hamburg. Roten Baum arbeitet als medizinischer Ausbilder. Der Trainer im Hamburger Hockeyverband praktiziert. Er arbeitet natürlich auch in der Hamburger HafenCity und zwar im Orthopädie-Zentrum HafenCity. Selbst ist er auch sportlich aktiv im Hockey, im Surfen, Tennis, Rudern, Fechten. Also ganz vielseitig und er mag guten Kaffee, hat er mir verraten. Wir reden in der heutigen Folge, wie schon gesagt, über Sportverletzungen, wie sie entstehen und wie der richtige und der falsche Weg ist, sie zu überwinden. Wir reden auch über den Umgang mit Bandscheibenvorfällen, Sehnenentzündungen, Schleimbeuteln, Verspannungen. Alles, was ganz häufig auftritt und was du vorbeugend tun kannst, damit du verletzungsfrei und ohne Schmerzen trainieren kannst. Und damit halte ich jetzt mal den Rand. Viel Spaß mit der heutigen Folge mit Dr. Ralf Kirschner. Oh, und bevor es gleich weitergeht, diese Folge enthält Werbung. Ich liebe bestimmte Produkte, die ich jeden Tag verwende, um dran zu bleiben für mein Training in meinem Alltag. Wenn du schon länger zuhörst, dann weißt du das. Und ich bin angehalten, die auch als Werbung zu kennzeichnen, denn eine Empfehlung ist rechtlich auch eine Werbung. Ja, und wie du weißt, haben wir auch Werbung in diesem Podcast. Und diese Partner, die suche ich mir ganz bewusst raus. Auch das sind nur Firmen, die ich selbst cool finde. Und damit geht es jetzt weiter, bevor es gleich in die Folge geht. Sponsor dieser Folge ist AG1 von Athletic Greens. Es gibt unzählige Sportnahrungsergänzungsmittel und die meisten davon, die kannst du dir sparen. Ganz generell empfehle ich nur wenige Nahrungsergänzungsmittel. Eins davon verwende ich seit bald über acht Jahren jeden Tag und das ist AG1 von Athletic Greens. Enthält 75 Vitamine, Mineralstoffe, sekundäre Pflanzenstoffe und andere gesunde Substanzen wie Präbiotika und Adaptogene, die aus einer Vielzahl natürlicher Bio-Gemüse- und Obstsorten kommen. AG1 ist ein Naturprodukt und das unterscheidet es eben auch von synthetischen Präparaten. Da sind auch die vielen Sekundärstoffe enthalten, die du eben nur in echtem Gemüse und Obst findest. Die Gesamtkomposition, die bekommt so kein anderer Hersteller hin. Vor allen Dingen nicht in dieser Qualität und Schadstofffreiheit. Für mich ist AG1 sowas wie eine Alles-in-ein-Gesundheitsversicherung. Für Fitness mit Markhörer gibt es ein spezielles Angebot. Als Neukunde bekommst du zu deiner ersten Lieferung kostenlos fünf Travel Packs für unterwegs, ein Jahresvorrat an Vitamin D mit K2 drin, plus ein Willkommenspaket mit einer schicken Edelstahldose und einem Shaker. Geh dazu auf fmmag.de, fmm wie Fitness mit Mark und dann ag.de. Heute bei Fitness mit Mark Dr. Ralf Kirschner. Moin Moin Ralf. Moin Mark. Vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne. Schön, dass du dir die Zeit nimmst. Du erlebst ja viel in deiner Praxis und auch in deinen vielen Tätigkeiten außerhalb der Praxis. Ich hatte es ja eben schon erwähnt. Wenn du so zurückschaust in dieser Woche, hattest du so ein Aha. Was war deine Erkenntnis der Woche? Also ich denke, die Erkenntnis der Woche in dieser Woche war einfach nochmals, dass man ein sehr gutes Team um sein Team braucht, um ein gemeinsames Ziel zu erreichen. Und in welchem Kontext hattest du diese Erkenntnis? Also die letzte Woche sah nicht ganz so aus wie die üblichen Wochen, weil ich viel Fortbildungen besucht hatte. Unter anderem eine Fortbildung, die sich über allgemeine Strategien und Leitfäden damit auseinandersetzt. Und in dem Zusammenhang wurde es einfach nochmal deutlich, wie wichtig es ist, die richtigen Leute um sich herum zu haben, um ein gemeinsames Ziel zu erreichen, was ich natürlich auch für die Physien anwenden kann. Wir brauchen interdisziplinäre Zusammenarbeit, um halt das Bestmögliche für den Patienten rauszuholen. Und wenn man da Leute um sich herum hat, die ähnlich ticken, die an einem Strang ziehen, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass man zum Erfolg gelangt, halt deutlich höher, als wenn man immer nur alleine kämpft und meint, alles alleine lösen zu können. Ich bin ja schon seit einigen Jahren bei dir in der Praxis. Was mir da auch aufgefallen ist, dass ihr ja auch interdisziplinär arbeitet. Worauf achtest du, worauf achtet ihr jetzt bei euch in der Praxis, um das umzusetzen? Also letztendlich ist es natürlich wichtig, dass sich jeder erstmal so sein eigenes Bild macht von dem Patienten, damit man dann in einer gemeinsamen Besprechung zum Beispiel sich austauschen kann über die einzelnen Erkenntnisse, weil doch jeder ein bisschen anderen Blickwinkel auf die Sache hat, andere Ausbildungen hat, andere Untersuchungen durchführt, die letztendlich das Gesamtbild Patient formen und dadurch halt dann die Mittellinie gezogen wird und geguckt wird, okay, wie können wir uns hier gegenseitig ergänzen und jeder aus seinem Fachbereich den Baustein dazu liefern, damit es halt am Ende den Patienten besser geht. Das heißt, ich habe bei euch auch gesehen, dass, wenn ich zum Beispiel zu dir komme und ich war vor beim Physiotherapeuten oder Osteopathen, dass ihr auch da Kontakt aufnehmt und schaut, okay, was sind da die Erkenntnisse und wie kann ich die als Arzt nutzen, um meinen Patienten noch besser zu betreuen? Ja, genau, ganz entscheidend. Also der Osteopath geht an einen Patienten ganz anders heran, als ich das mache, das schulmedizinisch gelernt habe. Genauso wird jeder Physiotherapeut den Patienten anders untersuchen und sich jeder auf seine Weise Gedanken machen, wo die Beschwerden herkommen. Und gerade diese Zusammenarbeit unter diesen einzelnen Disziplinen hat ihre absolute Berechtigung und jeder räumt so ein bisschen mehr auf, was letztendlich dazu führt, dass der Patient im Gesamten sortiert wird. Der Osteopath geht vielleicht eher mal auf die viszereilen Beschwerden im Bauchraum ein oder drängt was ein, mobilisiert, nimmt Spannung, was dann vielleicht dazu führt, dass er trainierbarer ist, dass er sich freier bewegt, dass Störfelder einfach beseitigt werden, auf die ich vielleicht nicht aufmerksam geworden wäre. Du bist Facharzt für Orthopädie und Unfallmedizin. Was fasziniert dich an dieser Disziplin? Also primär die Liebe zum Bewegungsapparat. Also ich selbst viel Sport gemacht. Ich finde es einfach faszinierend, das Zusammenspiel zwischen Muskeln, Faszien, Knochen, Nervensystem. Das wird halt fast in keiner anderen Fachrichtung so abgebildet wie in der Orthopädie. Ich habe die Möglichkeit, eng mit Sportlern, die das Maximal aus ihrem Körper herausholen wollen, zusammenzuarbeiten. Und ich denke, was ebenfalls faszinierend ist, ist, dass ich von Kleinkindern bis alten Menschen eigentlich alle dabei habe und allen irgendwie auf meine Weise helfen kann. Genau, was es nicht langweilig macht und was auch besonders spannend ist, weil man natürlich gerade bei Kindern vielleicht schon Grundlagen schaffen kann oder auf Dinge aufmerksam machen kann, die dann auch dazu führen, dass man vielleicht Prävention betreibt, dass es nicht dazu kommt, dass man Arthrose bekommt oder dass es vielleicht nicht dazu kommt, dass man eine bestimmte Art von Beschwerden bekommt. Man kann sich ja nicht alles verhindern, aber man kann, glaube ich, viel mitgeben, viel erkennen und dann vielleicht schon die richtige Bahn lenken. Du hast ja auch selbst Kids. Was würdest du denen denn mitgeben fürs Leben in der Hinsicht? Ja, also ich denke, je vielseitiger sie bewegungstechnisch ausgebildet werden, je breiter werden sie aufgestellt sein und je weniger wahrscheinlich ist es, dass sie in irgendwo einseitige Belastungen kommen. Sie werden Spaß haben, hoffentlich an möglichst vielen verschiedenen Sportarten. Und je mehr du vielleicht als Kleinkind da schon erfahren hast, je einfacher fällt dir der Einstieg in total unterschiedliche Bewegungsformen. Denn ich habe schon die Erfahrung gesammelt, dass diese unterschiedlichen Bewegungen halt extrem wichtig sind, natürlich zum einen für die Koordination, aber auch zum Beispiel fürs Faszien-System oder für die motorische Entwicklung einfach. Ich denke, in unserem Zeitalter wird sich viel zu wenig bewegt. Das heißt, ich versuche schon, einen Grundstein bei meinen Kindern zu legen, dass sie eine gewisse Begeisterung für Bewegung entwickeln. Ja, dann später, wenn sie vom Schreibtisch aufstehen, halt eine Motivation haben, was in ihrer Freizeit mit sich anzufangen. Außer sich wieder irgendwo hinzusetzen und vom Handy zu daddeln oder Ähnlichem. Und was bedeutet in deiner Welt Vielseitigkeit? Also von Bewegung, sind einzelne Bewegungsmuster oder kann man das, kannst das irgendwie clustern? Also wann bewege ich mich möglichst vielseitig? Also ich habe mal einen Vortrag darüber gehalten, was Natural Movement sein soll. Und bin eigentlich zum Schluss gekommen, dass wenn man einem Fünfjährigen zum Beispiel, ein Fünfjähriges Kind beobachtet, was das so den ganzen Tag macht, wo es hochklettert, wo es sich rumrollt, es fällt mal hin, steht wieder auf, es rennt mal durch die Gegend, es klettert einen Baum hoch, sitzt im Schneidersitz oder völlig verdreht vor seinem Lego-Baustein und baut vor sich hin. Wenn man diesem Kind mal versucht, die Bewegung nachzumachen, dann bewegt man sich, glaube ich, sehr, sehr vielseitig und kommt total raus aus seinen Gewohnheitsbewegungsmustern. Darunter würde ich, glaube ich, extrem vielseitige Bewegungen verstehen. Und ja, wie kann man das später umsetzen vielleicht, auch, sage ich mal, in die eigene Praxis, ist, dass man einfach an diese Art von Bewegung denkt, dass man Dinge macht, die nicht die tägliche Routine bedeuten. Und wenn man mal in sich geht, was man am Tag wirklich an Bewegungen durchführt, es sei denn, man geht jetzt gezielt zum Sport und spult ein Programm ab, dann reduziert sich das auf relativ wenige Bewegungen, weil wir doch einen Großteil des Tages tatsächlich sitzen oder liegen. Das heißt, die Bewegungen sind hauptsächlich Hinsetzen, Aufstehen, Hinlegen, Aufstehen. Es gibt wenig Rotation, man dreht sich immer zur gleichen Seite, man läuft vielleicht zur Bahn, setzt man sich wieder hin. Die Art und Weise, wie man sich anzieht, wie man sich abtrocknet, sind vielleicht noch die vielseitigsten Bewegungen, weil man mal tatsächlich was über Kopf macht oder irgendwo reinschlupft. Aber ansonsten ist doch schon alles sehr kontrolliert und in einer Ebene. Hast du da bestimmte Dinge, die du in deinem Alltag machst, um diese Vielseitigkeit hinzukriegen? Vielleicht Tipps, die wir mitnehmen können für unseren Alltag, ohne jetzt dafür ein Trainingsworkout irgendwie zu planen oder sowas? Man kann zum Beispiel sich vorstellen, dass man einen Blaumann anhat, einen Ganzkörperanzug. Und dieser Ganzkörperanzug muss sich eigentlich an allen Teilen dieses Anzugs irgendwo mal stretchen oder verbringen oder spannen oder zusammenziehen. Dann kann man mehr oder weniger davon ausgehen, dass das Gewebe darunter das ähnlich tut. Und dann muss man sich halt vorstellen, okay, wo ist dieser Anzug noch nicht bewegt worden? Habe ich meinen Anzug vorne am Bauch richtig schon mal auf Spannung gebracht? Habe ich die Flanken mal bewegt? Wenn ich mich zur Seite drehe, habe ich meine Leiste schon mal gestretched? Bin ich schon mal tief in die Knie gegangen? Habe ich die Schultern mal bewegt und rotiert? So in der Richtung könnte man zum Beispiel relativ einfach sich das vorstellen und einfach diese Bewegung kreativ in den Alltag integrieren. Ich kann mich vor den Geschirrschrank stellen und was gerade aus dem Regal ziehen. Oder ich kann mich seitlich dazu stellen und das Geschirr seitlich rausziehen. Da habe ich schon mal ein bisschen andere Bewegungsformen gemacht für eine Bewegung, die ich so oder so machen muss. Oder ich steige mal andersrum aufs Fahrrad. Nicht immer nur mit dem rechten Bein rauf, sondern auch mal mit dem linken Bein rauf. Da habe ich eine ganz andere Rotation im Hüftgelenk, in der unteren Wirbelsäule. Es kommen einfach andere Gewebearten in Bewegung, als meine tägliche Routine das normalerweise erfordert. Wenn man das mal ein paar Mal macht, dann wird man auch merken, wo man Defizite hat. Entweder auf koordinativer Ebene, wenn es nicht gewohnt ist und auch, wo das Gewebe spannt. Und das kommt natürlich extrem zum Tragen, wenn man so einem kleinen Kind mal versucht nachzuturnen und merkt, wie gelenkig das noch ist. Sicherlich hat es auch noch ein bisschen eine andere Art von Gewebe, aber wir lernen auch viel, weil wir es einfach nicht mehr machen. Man kann aber auch wieder viel erlernen, wenn man es wieder in seine tägliche Routine einbringt, zumindest ein bisschen. Ja, da hast du mir in den letzten Wochen, Monaten selbst auch ein paar Impulse gegeben, die ich jetzt umsetze. Wie zum Beispiel, ich hatte es eben im Vorgespräch erzählt, von einer großen Kiste runterspringen, weil ich auch diese eher Vielseitigkeitswettkämpfe angefangen habe und da auch gemerkt habe, dass ich das vor 20 Jahren, konnte ich halt überall rüberspringen und runterspringen. Und durch das Krafttraining und Laufen, was ich halt mache, diese Art von Bewegung gar nicht durchgeführt habe, habe ich gemerkt, dass das so ein bisschen eingerostet war. Und jetzt, wo ich das mache, merke ich erstens, es fühlt sich total gut an, es bringt Spaß und irgendwie tut es mir auch gut. Auch diese Impulse, die du gerade sagst, die werde ich auch mal mitnehmen. Für mich jetzt, um im Alltag zu gucken, zum Beispiel andersrum aufs Fahrrad aufsteigen, weiß ich jetzt schon, wird erstmal eine Herausforderung. Und wahrscheinlich, wenn man es ein paar Mal macht, 10, 20 Mal, dann auf einmal ist es mehr oder weniger normal. Das sind sehr interessante, coole Impulse, die ich zumindest für mich hier mitnehme und vielleicht auch der ein oder andere Hörerin oder Hörer. Eine Sache, die mich vorher nochmal interessiert, ist, wie bist du denn eigentlich dazu gekommen, Humanmedizin zu studieren? Also ich bin ein bisschen vorbelastet. Mein Vater war auch Arzt, meine Mutter ist Physiotherapeutin. Das heißt, da hat man sicherlich schon das eine oder andere zu Hause mitbekommen, was das Thema Medizin angeht. Die Liebe zum Sport hat mich halt irgendwie dazu geführt, dass ich irgendwas mit Menschen, mit dem Körper erlernen möchte. Das Sportstudium stand auch irgendwo mit zur Diskussion. Letztendlich war es dann tatsächlich auch die Begeisterung, irgendwo Sportlern helfen zu können. Vielleicht auch aus eigener Erfahrung, aus eigenen Verletzungen, die man mitgemacht hat, wo man vieles durchlaufen ist, eine Reha durchlaufen ist, eine Operation durchlaufen ist. Dieses Gefühl, so gar nichts zu können, dann langsam wieder aufzutrainieren, bis hin zum Return to Play. Also, dass du halt wieder der Alte bist, sozusagen. Das hat mich schon einfach begeistert. Und dann hat man sich schon relativ viel so mit der Materie auseinandergesetzt. Und es hat ein gewisses Interesse geweckt. Dann bin ich halt das Medizinstudium durchlaufen, über verschiedene Stationen im Saarland. Ich hatte die Möglichkeit, im Ausland zu lernen, sowohl in den USA als auch in Südafrika. Bin ich dann letztendlich in Hamburg gelandet, wo ich dann erstmal gewöhnlich meine Facharztausbildung genossen habe, in der Schönklinik in Eilbeek, wo man sehr breit, aber gut ausgebildet wurde, einen guten Überblick über die verschiedenen Teilbereiche der Orthopädie kennengelernt, der Unfallchirurgie, der septischen Chirurgie, also auch der Infektionen, Wirbelsäulenchirurgie. Natürlich die Notversorgung wurde erlernt, die Intensivversorgung wurde erlernt. Das war schon eine gute Ausbildung, die sehr strukturell geprägt war. Da geht es immer viel darum, hast du einen Strukturschaden, ja oder nein? Und wenn ja, dann geht es natürlich häufig auch darum, okay, hier können wir halt zum Beispiel operativ jemandem helfen. Alternativ dazu steht halt die konservative Orthopädie, in der ich ja mittlerweile ausschließlich tätig bin, weil ich halt erkannt habe, dass... Also konservativ heißt ohne Operation? Richtig, ohne Operation. Weil ich halt erkannt habe, dass, ich würde fast sagen, 80 Prozent der Patienten halt keinen Strukturschaden haben. Was heißt Strukturschaden? Also zum Beispiel ein Knorpelschaden, der auch wirklich den Schmerz verursacht oder einen Bandscheibenvorfall, der wirklich diesen Rücken-Bein-Schmerz verursacht oder einen Knochenbruch hat, ja, den man irgendwo versorgen muss. Und der Großteil der Patienten hat aus meiner Sicht Beschwerden, die sozusagen eine funktionelle Ursache haben. Und wenn man das sich überlegt, dann hatte ich das Gefühl, dass man halt eher dem Großteil der Patienten helfen kann, wenn man konservativ tätig ist und wenn man versucht, so gut es geht, halt diese funktionellen Ursachen zu verstehen. Und deswegen bin ich auch sozusagen da gelandet, wo ich jetzt gelandet bin, nämlich in einer Praxis, die rein konservativ arbeitet und die halt, wo wir die Zeit haben, uns mit der Funktion des Körpers zu beschäftigen und auch die Zeit haben, diese gut zu therapieren und dann auch noch in einem Team zu therapieren, ja, was an einem Strang zieht und was eine ähnliche Denkweise hat. Und das ist natürlich extrem spannend, extrem selten, muss man auch ehrlicherweise sagen. Das ist jetzt nicht die klassische orthopädische Praxis, die vielleicht viele kennen. Was macht ihr anders? Wir beschäftigen uns mit der Funktion, das ist, glaube ich, das Wesentliche. Wir haben viele Möglichkeiten, diese Funktion zu verbessern, diese Funktion zu messen. Du kannst zum Beispiel unser Biomechanik-Labor zu Rat ziehen oder nutzen, um halt dreidimensional Bewegungen darzustellen. Wir können den Patienten auf Kraftmessplatten laufen lassen, springen lassen, Richtungswechsel machen lassen. Wir können eine Ganganalyse machen, um halt zu sagen, okay, wie rollt jemand ab? Wie ist Druckverteilung während des Abrollverhaltens? Also wir haben dort technische Möglichkeiten, wir haben aber auch vor allem die Zeit, die wir uns vor allem dann auch nehmen, um halt den gesamten Körper zu verstehen und zu sehen. Und ich denke vor allem auch dieser Zeitfaktor und dieses Interesse, diese funktionelle Ursache zu finden, die das Problem verursacht, ja, die möglicherweise auch einen Strukturschaden manchmal zur Folge hat. Wenn man nichts tut, meinst du? Wenn man nichts tut oder wenn über einen sehr langen Zeitraum zum Beispiel viel Spannung im Gewebe auftritt, ja, dann kann ich am Ende natürlich meine Achillessehnenentzündung bekommen, die auch richtig strukturell sichtbar ist. Also ich kann die Entzündung darstellen, ich kann es sehen im Ultraschall oder im MRT, im Kernspinn, aber dann ist natürlich die Frage, okay, kann ich jetzt, ich kann einerseits die Entzündung behandeln, damit geht es den Patienten vielleicht schon etwas besser, weil das ist schmerzhaft. Aber für mich ist halt wichtig, dass wir die Ursache noch behandeln. Wie ist es zu der Entzündung überhaupt gekommen? Warum ist die Spannung erhöht? Funktionieren alle Muskeln im richtigen Moment so, wie sie funktionieren sollen? Also wie ist die Neuromuskuläre Ansteuerungszusammenspiel zwischen Nerven und Muskeln? Sind alle Gelenke frei? Funktioniert der Körper so, wie er funktionieren soll? Es gibt manchmal auch das Problem, dass die Muskeln nicht immer nur zu fest sind, sondern es gibt manchmal auch das Problem, dass die Muskeln einfach nicht mitmachen. Und sie sind dadurch natürlich nicht auffällig, weil sie locker sind. Was heißt, ach so, sie werden gar nicht aktiviert, obwohl man sie bräuchte bei einer bestimmten Bewegungsform oder Haltung? Genau. Zum Beispiel bei der Haltung, wenn man 90 Prozent der Patienten sieht, wir haben alle irgendwo eine kleine Schiefstellung, die können wir auch meistens gut kompensieren. Einfach durch verschiedene Anspannungsmuster. Ja, also ich, das muss nicht immer Schmerzen machen. Eine Schiefstellung in der Hüfte oder eine Schultertiefstellung oder eine Verwringung im Becken muss nicht immer sofort Schmerzen machen. Aber es bringt den Körper ein Stück weit aus dem Lot und dann muss er halt schauen, okay, wie lange kann er das aufrechterhalten durch Kompensationsmechanismen, weil bestimmte Muskelgruppen dann vermehrt arbeiten zum Beispiel als die, die jetzt eigentlich mitmachen sollten. Ja, also da muss dann ein Muskel vielleicht doppelt so viel leisten, wie es normalerweise der Fall wäre, wenn alle gleichmäßig gut mitmachen. Das ist so wie, also mir jetzt eine einfache Metapher, vier Mann, vier Ecken. Ja, man trägt irgendwas und einer ruht sich ein bisschen auf, dann müssen die anderen drei mehr tragen und irgendwann sind die halt kaputt, obwohl es eigentlich normal gar nicht so wäre. Und wenn man sich da jetzt eine große Kiste vorstellt und der eine trägt nicht mit, dann droht die Ecke, wo der eigentlich mitarbeiten soll, halt ein bisschen abzusinken. So, und dadurch müssen die anderen, haben vielleicht auch nicht den optimalen Griff, dann mehr diese Kiste zu stemmen. Es kommen also Fehlbelastungen zustande und die müssen die ganze Kompensieren. Irgendwann sind die müde und sagen sich auch irgendwann, dass sie nicht mehr können. Ja, also das kann man sich schon ein bisschen so vorstellen. Der Körper hat natürlich nicht nur, sagen wir mal, den Bewegungsapparat, den er kompensieren muss, sondern da sind natürlich auch noch übergeordnete Ebenen. Ja, ihr habt ja auch über Ernährung euch schon unterhalten. Also die Biochemie im Körper nimmt sicherlich auch einen Anteil an Beschwerden und genauso auch die Psyche. Und all das kann letztendlich auch dazu führen, dass der Bewegungsapparat irgendwo am Ende der Kette darunter leidet. Ja, wir erleben viele Leute, die total gestresst sind zum Beispiel, die keinen strukturellen Schaden haben, aber die über Jahre Nackenschmerzen haben, die Rückenschmerzen haben und mich dann immer fragen, ja, im MRT muss man doch was sehen oder was ist denn jetzt genau meine Diagnose? Und ja, da muss man halt, sag ich mal, nicht nur auf den Bewegungsapparat schauen, sondern vielleicht auch noch andere Ursachen suchen, wie zum Beispiel dann das Stressmanagement oder wie schafft er es, sag ich mal, sein Stresslevel mal sich zu reduzieren, weil sich das halt auch unter anderem aufs Bindegewebe, Schrägstrich Faszien, das ist ja das Gleiche, negativ auswirken kann. Das baut einfach mehr Spannung auf und diese Spannung kann halt wehtun und zu Bewegungseinschränkungen führen. Ja, ich erinnere mich, ich hatte den Dr. Robert Schleib auch zu Gast, der hat das auch gesagt, dass die gemessen haben, wenn Cortisol chronisch erhöht ist, das auch zu, soweit ich mich jetzt erinnere, das ist schon ein bisschen her, aber irgendwie Unordnung in den Faszien führt, die dann halt nicht mehr so flexibel sind einfach. Und das wirkt sich dann aus auf die Beweglichkeit, was kann dann noch passieren? Ja, es kann einfach wehtun zum Beispiel auch, wenn ein Gewebe nicht geschmeidig genug ist und du eingeschränkt bist in deinen Bewegungen, zum Beispiel über Jahre. Ja, angenommen, ich kann meine Hüfte über Jahre nicht in meinem normalen Bewegungsradius bewegen, dann nutze ich natürlich auch immer nur einen sehr kleinen Teil in dem Gelenk. Ja, wo es möglicherweise, sei jetzt mal so dahingestellt, ob das tatsächlich so ist, aber ziemlich wahrscheinlich, wahrscheinlich zu einem Verschleiß kommt, den man ja eigentlich immer vermeiden möchte. Ja, es ist ein Gelenk, was über die gesamte Fläche belastet wird, Rot halt nicht so schnell zu verschleißen wie ein Gelenk, was immer nur in einem sehr kleinen Bereich immer wieder auf den gleichen Stellen den Hauptdruck bekommt. Da kann es dann eher mal zu einem Knoppelschaden zum Beispiel kommen, der dann gleichzusetzen ist mit einer Arthrose, vor der ja alle Angst haben. Wobei an der Stelle möchte ich gleich auch nochmal sozusagen klarstellen, dass nicht jede Arthrose gleich schmerzhaft ist. Das heißt, eine Arthrose, ein Knorpelschaden ist ein sogenannter struktureller Schaden, von dem ich jetzt immer spreche. Aber ich mache halt die Erfahrung, dass halt Patienten kommen, die eine extrem fortgeschrittene Arthrose haben, schlimmer geht es gar nicht, ein total kaputtes Kniegelenk, wenn man sich das Röntgenbild anschaut. Aber sie kommen damit wunderbar zurecht und haben keinerlei Schmerzen. Und das stellst du dann durch Zufall fest oder die wissen das schon? Du musst halt dann untersuchen, woran liegt es. Also wenn du dir nur das Röntgenbild anguckst, dann gibt es nur diese eine Erklärung und das ist die Arthrose. Untersuche ich aber den Patienten, schaue mir die unterschiedlichen Möglichkeiten an, die den Schmerz verursachen können oder auch nicht. Ja, weil die, ich habe jetzt ja gerade ein Beispiel genannt, wo er keinen Schmerz hatte. Ja, aber das gilt es immer zu differenzieren. Und meiner Erfahrung nach sind es im Wesentlichen tatsächlich die Weichteile und die Funktionen, entscheidend ist, ob jemand Schmerzen hat oder nicht. Und wenn zu viel Spannung auf den Muskeln, auf den Sehnen bieten, wenn das Zusammenspiel der Muskulatur, Nervensystem nicht funktioniert, dann kommt es im Wesentlichen aus meiner Sicht zu Spannungen und diese Spannungen machen Schmerzen. Nimmt man die Spannung, sortiert das System, werden häufig auch die Schmerzen besser, obwohl die Patienten eine fortgeschrittene Arthrose zum Beispiel haben. Ja, genauso umgekehrt, wenn ich ein 13-jähriges Mädchen habe mit einem jungfräulichen Kniegelenk, ja, das kann keine drei Runden um den Platz laufen, ja, weil es so starke Schmerzen im Knie hat und ich mache einen MRT und ich mache mal eine Untersuchung und das Knie ist total unauffällig. Da ist also kein Knorpelschaden sichtbar, da ist kein Meniskusriss sichtbar, da ist kein Knochenödem oder andere Stressreaktionen, da ist keine grobe Fehlstellung zu sehen, ja, dann muss man sich halt wirklich fragen, okay, macht wirklich jeder strukturelle Schadenschmerzen? Offensichtlich nicht, weil dieses Mädchen hat keinen strukturellen Schaden im Knie und trotzdem Knieschmerzen. Wo kommt der Schmerz her? Das ist dann immer die Frage und deswegen ist meiner Erfahrung nach sich mit der definitiv wertvoll und extrem wichtig, die Funktion zu verstehen, wie der Patient belastet geht und wie das Zusammenspiel der einzelnen Körperregionen. Wirkliche Ursachenforschung in dem Fall, wobei die, glaube ich, die schulmedizinische Herangehensweise ist ja, die Symptome wegzukriegen. Aber was willst du bei so einem Mädchen jetzt zum Beispiel machen? Also wenn du rein schulmedizinisch daran gehst, kühlen, du kannst dir ein Physiotherapie-Rezept geben, weil du vielleicht nicht genau weißt, was da jetzt Sache ist, weil die Ausbildung, die wir eigentlich, sag ich mal, von der Uni und der Facharztausbildung erfahren, sehr ausgerichtet ist auf strukturelle Schäden. Sobald es keinen strukturellen Schaden gibt, kommt diese Art der Ausbildung stößt da an ihre Grenzen. Und da ist halt, sag ich mal, der Austausch mit Physiotherapeuten, Osteopathen, Kinesiologen, Biochemikern, ist da schon extrem wertvoll, weil man doch mal andere Blickwinkel bekommt und auch sieht, okay, ich schicke dann so eine Patientin zu denen und die behandeln die und die Patientin kommt zu mir und sagt, es geht mir besser. Dann kann man natürlich direkt rückfragen, okay, was habt ihr denn gemacht, was zu der Linderung geführt hat und so sich wieder mehr erarbeiten, wo Beschwerden zum Beispiel alles herkommen. Und bei diesem konkreten Beispiel, also falls es ein konkretes Beispiel ist, was war da die Lösung? Ja, die Lösung ist nicht immer die gleiche. Das ist ja das Spannende. Also jeder Patient ist schon individuell zu betrachten und jedes Mal wieder unterschiedlich. Also es gibt kein Patentrezept für 13-jährige Mädchen oder für 20-jährige Männer oder so. Letztendlich ist es häufig so, dass einfach die Technik zu laufen zum Beispiel, wenn man jetzt einen Sport ausübt oder auf dem Kasten steigt oder auf einem Bein steht, wie stehe ich auf einem Bein? Knicke ich weg? Wie ist meine Beinachse? Wie ist meine Stabilität im Rumpf, im Becken, im Fuß? Kann ich das alles gut koordinieren? Gibt es dort Defizite? Das sind alles zum Beispiel so kleine Anhaltspunkte, die man hat, die man erstmal abarbeiten kann. Und dann muss man natürlich schauen, kann dieses Mädchen überhaupt alle Muskeln, die für das Laufen, was es zum Beispiel machen möchte, zum Joggen oder Hockey spielen oder Fußball, läuft es denn auch sauber? Und hat es die genötige Stabilität für diese Bewegung, die sie machen möchte? Hat sie die genötige Beweglichkeit? Also was sind letztendlich die Basiseigenschaften, die ein Körper braucht, um halt vernünftig Sport zu treiben oder um schmerzfrei durch den Alltag zu gehen? Beim Sportler guckt man natürlich immer sehr genau hin, weil er ist angewiesen darauf, dass er schmerzfrei performen kann. Ein Patient, der vielleicht einfach nur den Alltag bestreiten will und hier und da Wehwehchen in Kauf nimmt, der kommt vielleicht auch nicht so schnell wie der Sportler, den es irgendwo zwickt und wo ich mir echt viel Gedanken machen muss, wie kriege ich das Zwicken jetzt weg? Und da setze ich mich ziemlich viel damit auseinander, was sind so Basiseigenschaften, die man haben muss, meinetwegen als Kind, aber auch als Erwachsener, die man immer mal wieder hinterfragen muss und auch immer mal wieder testen lassen muss. Also ich kann, auch wenn ich keine Beschwerden habe, mich theoretisch screenen lassen, zu uns kommen. Wir können uns den Patienten anschauen, den Sportler anschauen und uns angucken, okay, fällt mir irgendwas auf, was du vielleicht lange nicht trainiert hast, weil der Körper reagiert immer nur auf das, was ihm geboten wird, sobald man über einen längeren Zeitraum ein bestimmtes Training nicht macht, ob es nun ein Muskeltraining ist oder ein Beweglichkeitstraining, wird diese Eigenschaft schlechter. Der Muskel nimmt entweder ab, es ist nicht mehr so stark, das Gewebe ist nicht mehr so geschmeidig, wenn ich weniger Beweglichkeitstraining mache oder auch meine Pliometrie ist schlechter, wenn ich halt weniger hüpfende Tätigkeiten mache zum Beispiel. Also der Körper reagiert auf das, was man ihm bietet und da muss man halt schon immer mal wieder gucken, wie sieht eigentlich gerade mein Körper aus, was kann ich hier wieder verbessern, um vielleicht daraus auch dann zu lernen und im besten Fall Beschwerden zu vermeiden. Und das ist natürlich interessant, was gehört da zum Beispiel in diese Basics? Wollte ich gerade fragen, ja. Habe ich halb gedacht. Es ist für mich halt im Wesentlichen eine Art der Stabilität, also da kann man jetzt ganz grob einteilen, Rumpfstabilität in Beinachsenstabilität, also wie ist die Kraft, sicherlich auch wie ist die Koordination der einzelnen Muskeln. Das Thema Beweglichkeit ist extrem wichtig. Es gibt da ganz unterschiedliche Grundvoraussetzungen bei den einzelnen Patienten. Wir unterscheiden grob, sag ich mal, wird Herr Schleip vielleicht auch erzählt haben zwischen dem Typ Balletttänzer und dem Typ Wikinger. Du hast einfach unterschiedliche Bindegewebstypen, der Typ Balletttänzer hat ein sehr weiches Bindegewebe, weiche Faszien, die sehr beweglich sind und für den ist das sehr einfach, bestimmte Bewegungen durchzuführen, die dem Wikinger, da würde der nie dran denken, dass er da überhaupt hinkommt. Also der hat ein so festes Gewebe, eine so feste Hülle, die ihn in seinen Bewegungen einfach einschränkt. Also du kennst mich ja jetzt schon, wie würdest du mich da einsortieren? Also ich würde dich eher genau in die Mitte packen. Und es gibt bei dir Bereiche, wo du eher Typ Balletttänzer bist, weil du diese Bereiche häufig bewegst, häufig nutzt. Und es gibt vielleicht hier und da Ecken und Stellen in deinem Faszien-System, in deiner Hülle, die du nicht so häufig bewegst. Und da bist du wahrscheinlich dann eher tendenziell Richtung Wikinger. Aber ich denke, du bist irgendwo in der Mitte und das ist eigentlich eine ziemlich gute Voraussetzung, weil natürlich ein festes Gewebe gibt einem auch eine gewisse Stabilität, eine passive Stabilität. Aber es ist ein spannendes Thema und gehört für mich, sag ich mal, in das Fundament, wie ich das immer so nenne, definitiv dazu, was man beachten muss, um jemandem Tipps zu geben, was für ihn individuell jetzt gerade wichtig ist, dem Balletttänzer werde ich nicht noch mehr Beweglichkeitsübungen empfehlen, sondern der braucht wahrscheinlich eher ein Ticken mehr Stabilität und Krafttraining, koordinatives Training, während der Wikinger eher auf jeden Fall ein bisschen mehr an seiner Beweglichkeit arbeiten muss und da wahrscheinlich auch immer am Ball bleiben muss, weil sobald er die nicht mehr trainiert, wird es wieder schlechter werden. Genau, das Thema Plyometrie, Faszientraining, was also, ihr habt ja schon jetzt über Faszien viel gehört wahrscheinlich, das ist ja in aller Munde, aber ist halt auch schon einfach ein wichtiges Thema, weil die Faszie erstreckt sich halt durch den ganzen Körper. Es gibt halt nur eine Faszie, das ist halt ein total entscheidender Punkt aus meiner Sicht, die halt zusammenhängend ist, also wie so ein Spinnennetz, das den ganzen Körper auskleidet, durch die Muskulatur geht, alles umwurschtelt, wie so eine Matrix, die alles zusammenhält. und das erklärt natürlich auch, dass du halt unterschiedliche Zusammenhänge hast, wenn du jetzt meinetwegen dir ein Spinnennetz vorstellst und unten rechts im Netz fliegt eine Fliege rein, dann erkennt durch die Vibration den Zusammenhang dieses Netzes die Spinne oben links im Netz, die Vibration. Wenn da unten richtig Zug aufs Netz ausgebaut wird, dann wird es auch oben in der Ecke, wo die Spinne sitzt, ziehen. Wenn man es jetzt auf den Körper überträgt und ich habe meinetwegen einen Schulterschmerz, der faszial bedingt ist, dann kann die Ursache auch im rechten Unterbauch liegen. Wenn man jetzt zum Beispiel mal einfach an seinem T-Shirt zieht und guckt, wo die Falten alles enden und wo man das T-Shirt fühlt, so ähnlich kann man sich das mit der Faszie auch vorstellen. Weswegen es dann zum Beispiel wichtig ist, nicht nur die Schulter zu behandeln, sondern auch die vermeintliche Spannungsquelle im Unterbauch zu behandeln. Und damit kommen wir dann wieder zu diesem interdisziplinären Therapiekonzept, weil das zum Beispiel, sagen wir jetzt mal, wenn wir den Bauchraum behandeln, natürlich Domäne der Osteopathen ist, da Spannung zu nehmen, das zu erkennen, zu fühlen und die richtigen Techniken anzuwenden, um da wieder ein bisschen was zu lösen, was dann vielleicht die Schulter auch etwas befreit und dann das Training für die Schulter, die physiotherapeutischen Maßnahmen in der Schulter direkt, dann auch wiederum verbessern. Also der Körper ist einfach immer als Ganzes zu sehen und sollte auch dementsprechend ganzheitlich da behandelt werden. Also wir werden jetzt als Basics erstmal der Typ, also darf ich mehr an meiner Beweglichkeit oder Stabilität arbeiten? Beides fundamentale, wichtige Dinge. Dann hattest du Plyometrie angesprochen, also Sprünge oder so dynamische Bewegungen. Kann ja auch zum Beispiel beim Tennis der Aufschlag sein oder so, wo ich explosiv über Kopf irgendwie was mache. Genau, da muss man natürlich ein bisschen vorsichtig sein. Das ist nicht gleich was für jedermann. Du brauchst auch da ein gewisses Fundament. Deswegen haben wir in der Praxis zum Beispiel uns dafür entschieden, dass wir Plyometrien in vier Grade einteilen und den ersten Teil oder Grad 1 würde bedeuten, dass man eigentlich nur so leicht wippende Sachen macht, die einfach nur die Faszie etwas trainieren, elastischer zu werden, dass man mehr elastische Fasern produziert. Ich nenne das immer liebevoll, ich baue Sprungfedern ein in mein Bindegewebe und aus dieser Grundsubstanz an elastischen Fasern, Sprungfedern, kann ich dann komplexer werden und irgendwann zu richtigen Sprüngen gehen oder zu explosiven Sprüngen oder halt zur Maximalkraft. So ist Plyometrie, glaube ich, eigentlich auch definiert, dass man also eher so auf dem Höchstleistungsbereich so 80 bis 100 Prozent Intensität trainiert und das ist natürlich nicht was, was sich jetzt gleich jedermann trainieren lassen würde, sondern das muss man schon über Wochen aufbauen und sich langsam züchten. Sonst kann das auch sehr kontraproduktiv sein, was zum Beispiel ein großes Problem ist bei Kindern im Sport, die jetzt vielleicht parallel zu ihrem Mannschaftstraining noch Athletiktraining machen und der Athletiktrainer lässt 30 Sprünge einbeinig durchführen für fünf Leute aus der 50-köpfigen Truppe ist das sinnvoll, weil die haben die Stabilität und die Beweglichkeit und die plyometrischen Eigenschaften, das zu können. Die anderen haben ganz andere Voraussetzungen, denen fehlt es vielleicht an Stabilität oder denen fehlt es an Eigenschaften, Energie im Gewebe aufzunehmen. Exzentrik zum Beispiel ist ein großes Thema. Exzentrik heißt? Ja, letztendlich kann man sich das vorstellen, ich kann konzentrisch trainieren, fange ich mal so an, ich will meinen Bizeps trainieren und ich hebe ein Gewicht zum Körper ran, der Bizeps verkürzt sich und strengt sich dabei an. Und das wäre konzentrisch? Das ist konzentrisch, exzentrisch ist die Gegenbewegung, also ich lasse ein Gewicht langsam ab, der Bizeps muss sich verlängern und dabei aber trotzdem Kraft aufbauen. Ja, das nennt man ein exzentrisches Training und diese Exzentrik ist zum Beispiel auch ein Punkt, der viel zu selten wirklich explizit trainiert wird, auch in Fitnessstudios aus meiner Sicht, der aber im Alltag viel gebraucht wird. Ja, laufe ich zum Beispiel bergab oder die Treppen runter, ist genau diese Exzentrik immer wieder ein Thema und wenn ich da gut bin, dann kann mein Körper oder sagen wir mal ein muskulofasziales System, myofasziales System, viel Energie aufnehmen und es kommen weniger Kräfte auf die Gelenke zustande oder auf die Sehnen etc. Deswegen ist es natürlich wichtig, dass man das behutsam aufbaut und zum Beispiel bei Kindern das frühzeitig in ein Training systematisch mit einbaut, bevor man jetzt direkt 30 Sprünge macht, sondern man muss halt erstmal alle so ein bisschen angleichen auf einem Level und dann kann man individuell mit den einzelnen Kids trainieren und so ist es bei Erwachsenen nicht anders. Ich denke, bei Erwachsenen ist es häufig ein Problem, zum Beispiel jetzt auch in Corona-Zeiten war das extrem interessant. Die Leute sind meinetwegen vor Corona regelmäßig joggen gewesen, haben ihre Routine gehabt im Sportverein, im Fitnessstudio, haben ihre Programme zu Hause durchgezogen, sind mit dem Fahrrad zur Arbeit gefahren und dann kam der Lockdown, es sind viele im Homeoffice gewesen, viele aus ihrer Routine gerissen worden, der Weg zur Arbeit ist weggefallen, das Fahrradfahren zur Arbeit ist damit auch weggefallen oder der Fußweg von der Bahn, die Treppe hoch ins Büro bis hin zum Mannschaftstraining zum Beispiel. Ich bin nicht mehr zum Fußball gegangen, das heißt, ich habe dann zu Hause vielleicht nochmal meine Liegestützen gemacht und ein paar Übungen, aber die haben natürlich nicht die gleichen Bewegungseigenschaften und die Vielfalt, die man zum Beispiel in der Spielsportart erlebt. Und dadurch gehen dann, oder die Leute sind nicht mehr so viel joggen gewesen, und dadurch gehen dann natürlich Gewebeeigenschaften verloren, die man jetzt zum Beispiel nach Ende des Lockdowns dann versucht hat, wieder aufzugreifen, dann habe ich wieder versucht, meine Routine zu entwickeln und ich bin früher immer fünf Kilometer um die Alster gelaufen und wenn ich jetzt wieder fünf Kilometer um die Alster laufe, mein Gewebe das gar nicht mehr gewohnt war und auf einmal kriege ich Achillessehnenbeschwerden oder auf einmal kriege ich andere Sehnenproblematiken. So, das ist halt häufig darauf zurückzuführen, dass es da halt zu einem Abbau dieser elastischen Fasern zum Beispiel geführt hat, zu Elastizität. Die koordinativen Eigenschaften muss man auch immer wieder trainieren, damit sie halt aufrecht bleiben. Und das ist immer die Gefahr, auch bei den jungen Vätern, die früher Fußball gespielt haben, dann kam berufliche Karriere, die haben Nachwuchs bekommen und irgendwann spielen sie mit ihrem Sechsjährigen wieder Fußball im Garten und reißen sich die Achillessehne, weil sie halt einfach nicht mehr das gewohnt sind und es eine zu lange Pause dazwischen gab und danach kein systematischer Aufbau erfolgt ist, der einen wieder an so eine Belastung herangeführt hat und damit steigt auch dann das Risiko, dass es halt irgendwo knallt. Also ich glaube, das Thema kennt wahrscheinlich jeder von sich. Entweder über eine Verletzungspause, da hat man es ja ähnlich auch, wenn man dann nach einer OP oder so wieder langsam anfängt, Laufpause, Trainingspause jetzt durch den Lockdown oder so. Gibt es da so eine Art Faustregel, wie man da wieder loslegt? Nehmen wir meinetwegen das Beispiel Lauf um die Alster. Jemand hat so eine Strecke gelaufen, meinetwegen fünf Kilometer, macht dann drei Monate Pause oder ein halbes Jahr, fängt wieder an und wenn es jetzt, ich glaube, viele Menschen, die könnten dann trotzdem die fünf Kilometer, wenn sie vorher gelaufen sind, auch durchhalten. Also ich persönlich kenne es ja auch, merkst dann als erstes, boah, ich bin aus der Puste. Aber das ist ja ein ganz anderes Thema als das, worüber wir jetzt reden. Was ich ja vermeiden möchte, ist, dass ich beim Wiedereinstieg mich so überlaste, dass ich dann zum Beispiel eine Entzündung kriege oder irgendeine Form von Überlastung, die mich dazu zwingt, wieder zu pausieren. Und das kann ja auch so eine Art Teufelskreis sein. Wie gehe ich da denn ran? Klar könnte ich mir immer einen Trainer nehmen, der mich dann begleitet? Ich glaube, für viele ist das auch ja was, was vielleicht nicht immer praktisch umsetzbar ist. Ja, ist eine gute Frage. Also im Spitzensport oder allgemein im Sport gibt es natürlich so etwas wie ein sogenanntes Return-to-Play-Schema, wo sozusagen die Rehabilitation oder der Wiedereinstieg in den Sport schrittweise gesteigert wird. Es wird eingeteilt in verschiedene Levels und jedes Level hat einen Schwerpunkt. Und wenn man jetzt wieder an das Fundament denkt, was gehört da rein, was brauche ich, um zum Beispiel joggen zu gehen, darüber muss man sich schon mal Gedanken machen. Also welche Art von Sport möchte ich eigentlich machen? Ja, das ist wahrscheinlich immer möglich oder eine Runde schwimmen. Aber Joggen ist schon komplexer als man denkt, weil einfach mehr Gewebearten gefordert sind. Muskuläres Zusammenspiel muss gefördert sein. So, und wenn man dann zum Beispiel an so einem Return-to-Play-Schema sich mal hält, ja, was macht man in Stufe 1, wo man vielleicht ganz banal erstmal auf einem Bein steht, Proprözeption trainiert, also Zusammenspiel, Tastsinn, Rückkopplung, Muskulatur, dass man erstmal sicher steht, weil beim Joggen stehe ich auch kurzzeitig zumindest immer auf einem Bein. Wenn das wackelig ist, fängt man schon an zu kompensieren. So, also, tatsächlich Basics, Einbeinstand, bisschen Kraftaufbau, ein paar Squats, sichere Übungen in sogenannter geschlossener Kette zum Beispiel, wo man immer mit einem Bein auf dem Boden ist. Das Gewebe muss elastisch werden, die Beweglichkeit muss stimmen, das heißt, ich mache wippende Tätigkeiten, das ist noch kein Joggen, das ist noch kein Seilspringen, das sind erstmal banale Dinge, die sozusagen elastische Fasern produzieren, nächster Schritt wäre dann, dass man Seilspringen, also letztendlich schrittweise ranführen von absoluten Basics, wenn die langweilig sind, wenn man die sicher beherrscht, dann geht man einen Schritt weiter und da fängt natürlich auch jeder einen unterschiedlichen Basis an bei dem, bei den, bei diesen Return-Plot-Play-Schemata, die man nach Verletzungen durchführt oder nach Operationen, da macht man zum Beispiel an einem Ende jeden Levels einen kurzen Test, wie gut absolviert der Patient das und ist ja bereit, dafür ins nächste Level zu gehen, was ein bisschen komplexer ist, da wippt man dann vielleicht nicht nur noch oder steht auf einem Bein, sondern springt nochmal auf einem Bein und landet so und so kann man letztendlich allgemein empfehlen, letztendlich schrittweise sich zu steigern, das ist natürlich so sehr systematisch, wie ich das jetzt genannt habe, wäre quasi optimal, ansonsten startet man vielleicht nicht gleich mit einem 5-Kilometer-Lauf, sondern startet erst mal 100 Meter Joggen, 100 Meter Gehen und das Ganze macht man vielleicht zwei Kilometer, man ist vielleicht völlig unterfordert am Anfang und ist, sag ich mal, dieses niedrige Level nicht gewohnt oder man ist nicht ausgelastet, dann kann man auch den Rest der Stunde auffüllen mit anderen Stabi-Einheiten oder Krafttraining und auszubauen. Oder geht aufs Kardio-Gerät, Kardio-Ergometer oder sowas dann. Man muss halt diesen Anpassungsprozess zulassen, wenn man ihn nicht zulässt, kommt häufig, sag ich mal, irgendeine Art der Quittung. Genauso ist es so, wenn man verletzt ist und du nicht alle Levels durchläufst und zu früh wieder zu viel machst, wo dein Körper eigentlich noch nicht bereit für ist, dann hast du auch immer ein erhöhtes Risiko, dass entweder das woanders knallt oder dass der Schmerz wiederkommt. Und dann fängst du nämlich wieder von vorne an. Für mich ist da natürlich immer die Herausforderung, den Patienten zu führen und einzuschätzen, in welcher Phase befindet sich der Patient gerade und individuell einzuschätzen, okay, was muss ich dem jetzt mitgeben, wie muss ich den führen, wen habe ich da vor mir, habe ich einen ungeduldigen Typen vor mir, der einfach immer sein Ding macht oder habe ich jemanden, der super compliant ist oder alles mitmacht, vielleicht schon Erfahrung hat auch in so einem Prozess, das erlebe ich zum Beispiel auch häufig, dass die Leute, die schon mal verletzt waren, da sich sehr viel leichter mit tun, sich vorzustellen, okay, wie sind denn diese einzelnen Schritte, weil sie halt wissen, dass am Ende kommen sie einfach auch wieder auf ihr Level. Und die Leute, die nicht verletzt waren, für die ist das eine völlig neue Situation, die können diese einzelnen Phasen manchmal nicht richtig nachvollziehen oder erahnen, wie sich das anfühlt. Was sind denn die häufigsten Beschwerden, die du beobachtest in deiner Praxis? Es gibt jetzt nicht die eine Beschwerde, die ich dir jetzt nennen kann, die am häufigsten kommt. Also es sind sicherlich Top-Themen, sind natürlich Rückenschmerzen, sind im Wesentlichen, glaube ich, der größte Anteil sind myofasziale Beschwerden, also Beschwerden, die durch Muskulatur verursacht werden oder durch Bindegewebe verursacht werden. Die führen natürlich häufig zum Beispiel zu Sehnenbeschwerden, also auch ein sehr, sehr häufiges Thema. Dann knicken Leute um, Klassiker, ja, im Sprunggelenk. Die Leute kommen mit Schulterbeschwerden, mit Nackenbeschwerden, mit Kieferbeschwerden, Leistenbeschwerden, Sport ist extrem hoher Anteil. Ich erlebe jetzt relativ viele Patienten, die gluteale Schmerzen haben, ja, so seitliches Gesäß, die sich dann gleich Sorgen machen, oh Gott, habe ich eine Hüftarthrose oder ist meine Dysplasie jetzt der Hauptgrund für meinen Schmerz, also meine Fehlstellung, mit der ich auf die Welt gekommen bin, ja, das sind zum Beispiel ziemlich häufige Themen, natürlich Knieschmerzen, genau, wo ich dann immer differenzieren muss, wie anfangs schon gesagt, handelt es sich um ein Strukturproblem, das diesen Schmerz jetzt verursacht, ja, gibt es natürlich auf jeden Fall auch, will ich gar nicht ausschließen, oder es ist halt eine funktionelle Ursache, die diese Schmerzen verursacht, die für den Patienten anfangs nicht sofort greifbar ist, aber wo ich natürlich irgendwie versuche abzuholen und ihm das näher zu bringen, warum das eben entsteht. Und du sagtest gerade jetzt häufiger Probleme im Gluteus, also sprich Promuskulatur, hängt das irgendwie mit bei diesem Lockdown zusammen, dass die Leute mehr sitzen oder so, oder ist das... Ist total spannend, also ich beobachte das jetzt einfach zur Zeit vermehrt, wesentliche Veränderung bei den Leuten, die es haben, ist tatsächlich der Lockdown, und dass sie halt in Sitzmöbeln sitzen zu Hause, die sie halt sonst nicht so gewohnt waren, zumindest auf die Dauer nicht, die mangelnde Bewegung vielleicht tatsächlich auch, ja, du kannst ja einen Muskelschmerz entwickeln, weil du einfach nicht den Ausgleich hast, ja, und vielleicht ist für manche schon der Ausgleich tatsächlich der Weg zur Arbeit, den Weg zurück, nochmal im Fitnessstudio vorbeizugehen und einmal sein Programm durchzuziehen. Kann ich jetzt hier nicht endgültig beantworten, woran das liegt, ja, aber es gibt sicherlich Beschwerden, die eher darauf hinweisen, dass der Patient sich zu wenig bewegt oder zu viel bewegt oder wo halt das neuromuskuläre Zusammenspiel nicht optimal ist und deswegen es zu viel Belastung kommt. Im Prinzip bist du indirekt schon drauf eingegangen, aber vielleicht auch nochmal da die Frage, wo passieren denn häufiger Verletzungen beziehungsweise worin nicht die Ursache? Liegt die eher im Training oder liegt sie außerhalb des Trainings? Also ich glaube, hier muss man einmal stark differenzieren, was hat man für einen Patientenklientel. Weil ich habe 70 Prozent Sportler ungefähr, da würde ich schon sagen, dass die meisten Ursachen im Training zu suchen sind, wobei man es natürlich nicht endgültig sagen kann, aber das schon halt die Belastung im Training dazu führt, dass die Schmerzen entstehen. Ansonsten, sage ich mal, für die allgemeine Bevölkerung, wenn ich das mal so bezeichne, dann passieren tatsächlich die meisten Unfall eher im Haushalt so. Da würde ich auch sagen, sage ich mal, was jetzt so den Büromenschen angeht, da entstehen, glaube ich, sehr, sehr viele Beschwerden einfach durch den Alltag und nicht beim Sport. Das ist, glaube ich, schon, wenn man es auf die Gesamtbevölkerung bezieht, eher so, dass natürlich die meisten Verletzungen, Beschwerden nicht beim Sport passieren. Ich denke jetzt für auch das Klientel, was ihr eher zuhört, sage ich mal, die Fitnessbegeisterten oder die Sportbegeisterten, da würde ich schon eher sagen, dass ein wesentlicher Teil beim Training entsteht, Überlastungsreaktionen, aber das kann sich auch vermischen. Also wenn ich zum Beispiel einen Alltag habe, wo ich sehr, sehr viel sitze, wo ich sehr, sehr einseitig bewege und dann gehe ich in das Home-Fitness-Studio oder keine Ahnung und mache die Übung, die ich mir überlegt habe, aber sehr einseitig oder will einfach nur ein bisschen Muskelmasse aufbauen, aber achte jetzt zum Beispiel nicht auf das Fundament, was ich jetzt einmal so in den Raum geworfen habe, inklusive Beweglichkeitstraining, dann kann es halt sein, dass ich zum Beispiel sehr einseitig trainiere oder dass ich auf meine verspannte Haltung noch mehr Spannung aufbaue und mich eigentlich immer mehr in so einen Teufelskreis bringe. Und da geht es natürlich zum Beispiel darum, wenn jetzt Leute viel sitzen, ist halt die vordere Kette, wie wir die nennen, also sagen wir jetzt mal Brustmuskulatur, Bauchmuskulatur, Hüftbeuger, die neigen irgendwo dazu, in einer verkürzten Position zu sein, so wenn ich dann da an die männlichen fitnessbewussten Athleten denke, so die dann halt viel Brustmuskeltraining machen zusätzlich, ja, dann werden die ihre Fehlhaltung, die sie durch den Büroalltag haben, eher noch intensivieren, haben einen mega rund Rücken, haben überhaupt keinen Ausgleich, der sie nach hinten führt, so und das kann dann letztendlich irgendwann natürlich auch zu einer weiteren Beschwerdesymptomatik führen, ja, dann kriegen die Leute auf einmal Schulterschmerzen, weil einfach das Schulterblatt gar nicht mehr gut steht, sondern das Schulterblatt ist halt nach vorne rotiert, dreht sich nicht mehr schön mit, was wichtig ist bei Abspreizen des Armes oder Überkopfbewegung, so, dann gehen sie wieder zum Tennis und machen drei Aufschläge und haben Schmerzen oder gehen wieder ins Handballtraining nach dem Lockdown und haben Schmerzen, ja, also, da kann sich der Alltag und, sag ich mal, das Training natürlich auch ergänzen, wenn man nicht darauf achtet, dass man Ausgleichstraining macht, sondern, dass man eigentlich in die Fehlhaltung rein trainiert, genauso ist es halt entscheidend, du hast jetzt ja auch mal einen anderen Podcast darüber gehalten oder Beiträge geleistet, wie mache ich eine Kniebeuge richtig, ja, wie mache ich Bauchmuskeltraining richtig, unter Ausschluss zum Beispiel des Hüftbeugers, ja, weil wenn ich zum Beispiel als Bürotäter viel sitze und der Hüftbeuger neigt dazu, fest und verkürzt zu sein und ich mache dann meine Sit-Ups nicht über den Bauchmuskel, sondern hole mir die über den Hüftbeuger, genau, die Kraft über den Hüftbeuger, dann trainiere ich natürlich auch nicht gerade meinen Six-Pack, sondern trainiere ich noch mehr den Hüftbeuger, der sowieso eigentlich total auf Spannung ist und vielleicht auch mitursächlich für meinen Rückenschmerz ist, ja, weil der setzt hinten an den Rücken an und so weiter und so fort, insofern kann ich das, glaube ich, nicht so ganz klar voneinander trennen, wo nun die einzelnen Beschwerden alle herkommen, wahrscheinlich mehr über den Alltag, weil das ist auch einfach die Zeit, die überwiegt, also wir sind halt seltener beim Sport als beim Alltag. Ich musste gerade dran denken bei dem Beispiel, dass du sagst mit dem Brusttraining, ich habe bei mir im Buch in den Einsteigerplänen, also eine der häufigsten Fragen, die ich dazu bekomme, ist, Marc, wo sind denn hier die Brustübungen? So, du hast ja nur Rücken und Schultern und Beine, ja, also Beine vor der Rückseite und das ist nämlich genau der Grund, warum ich die Brustübungen in den Einsteigerplänen gar nicht drin habe, weil die meisten Menschen, die diese Übungen machen, das ist natürlich, ich weiß ja nicht, wer das Buch liest, aber ich weiß, dass 80 Prozent, die sich ein Fitnessbuch kaufen, wahrscheinlich am Schreibtisch arbeiten und eben in dieser Haltung sind, wo der Brustmuskel eh verkürzt ist, das heißt, erstmal darf ich da die Rückenmuskulatur aufbauen und nachher in den fortgeschrittenen Plänen kommen dann auch die Brustübungen rein, aber das ist ganz interessant und diese Frage zeigt ja auch, dass da auch ein Fokus drauf liegt. Ja, und das finde ich natürlich dann extrem schade, da nimmt sich jemand die Zeit, fit zu werden und Muskulatur aufzubauen, was prinzipiell sehr gut ist, ja, aber er trainiert halt in die falsche Richtung und das wiederum hat dann irgendwann Einfluss auf die Funktion, damit komme ich dann wieder so zu dem Einstieg, wenn das Schulterblatt nicht gut rotiert, nicht funktioniert in der richtigen Form, wie es sein soll, dann kommt es zu Einklemmungserscheinungen, dann sind die Faszien auch Spannung, ja, es kommt zum Spannungsmissverhältnis und das muss man erstmal peu a peu wieder aufräumen. Wenn wir über Fitnesstraining reden, was ja im weitesten Sinne bedeutet Krafttraining, Crossfit als, ja, so ein bisschen breitere Fitnesssportart, dann Cardiotraining sicher auf, also Laufen gehen, haben wir drüber gesprochen, Radfahren, Schwimmen gehen, klar gibt es noch die Spielsportarten, das ist nicht so der Schwerpunkt hier bei mir im Podcast. Was gibt es denn beim, wenn wir jetzt sagen Fitnesssport, generell häufige Verletzungen, die du beobachtest oder Überlastung? Wenig bei Leuten, die zum Beispiel nur an Geräten arbeiten, also da habe ich schon den ein oder anderen gerissenen Brustmuskel, zum Beispiel gehabt, bei den Leuten, die beim Bank drücken, irgendwann, wo es dann geknallt hat, das habe ich tatsächlich schon häufiger erlebt, vor allen Dingen bei den Leuten, die es sehr intensiv betreiben. Mit Hilfsmitteln? Das sei mal so dahingestellt, ob da Hilfsmittel im Spiel waren, weiß ich nicht, aber es waren, ja, vielleicht war der Muskel auch ermüdet, aus rein physiologischer Sicht und dann war er nicht mehr in der Lage, halt zum Beispiel exzentrisch zu arbeiten, die meisten ist es passiert beim Ablegen, kurz vor der letzten Wiederholung, letzter Satz, wollten sie es ablegen und dann hat es geknallt, vielleicht dann auch mental nicht mehr so auf der Höhe, das heißt, auch da sind wir dann wieder bei diesem Zusammenspiel zwischen Nerven und Muskeln, wie viele Informationen kommen vom Hirn zum richtigen Zeitpunkt am Muskel an und wie gut kann der das umsetzen? Das will sich auch gar nicht zu kompliziert machen, aber das ist schon ein entscheidender Faktor, weswegen man sicherlich auch da clever seine Belastung steuern sollte und nicht total übermüdet ein maximales Programm abspult. Das wird das Verletzungsrisiko sicherlich etwas reduzieren, ansonsten fallen mir jetzt gerade gar nicht so viele Belastungen an, die beim Fitness entstehen, die einen oder anderen kommen mit Schulterbeschwerden, weil sie dann irgendwo ein neues Programm starten, zum Beispiel Klimmzüge durchführen, die vielleicht technisch nicht sauber oder halt dem Körper auch wieder, das erlebe ich halt am häufigsten, wenn es um Beschwerden geht im Fitnessbereich, sie geben dem Körper zu wenig Zeit, sich anzupassen, also der Körper braucht immer mehrere Tage bis Wochen, um einen Reiz so zu verarbeiten, dass er halt dann auch Substanz umgewandelt wird, also egal, ob ich nur elastische Fasern produzieren will oder Muskelfasern produzieren will, ich habe nicht von heute auf morgen Bizeps, wenn ich gestern Bizeps trainiert habe, sondern der kommt erst über die Zeit, finden Umbauprozesse statt, es finden neue Verschaltungen statt, weil manche Bewegungsformen sind ganz neu, da würde ich sagen, sind die häufigsten Ursachen für Schmerzen aus dem Bereich der Fitnessbranche, dass man halt einfach zu schnell mit der Brechstange da irgendwo was erreichen will und nicht genug variiert, sondern dann irgendwie so ein Drei-Wochen-Programm durchzieht, heute drei Wochen schaffe ich 100 Klimmzüge und dann trainieren die jeden Tag Klimmzüge, wo sie vorher keine trainiert haben und dann kommt es halt zu einer Überlastung der Sehne und des Gewebes, weil sie es halt nicht gewohnt sind. Müder Muskel, auf den dann wieder drauf trainiert wird. Ja, fehlende Regeneration, zu viel Training, was auch nach einer Verletzung ja auch, glaube ich, häufig auftritt, einfach weil man ja weiß, wo man schon mal gestanden hat und dann vielleicht wieder wirklich da ansetzt. Ich glaube, ein Thema, was viele beschäftigt, ist so das Thema Bandscheibenvorfall. Also ich habe mal eine Statistik gesehen von MRTs, wo zufällig einfach auch Bandscheibenvorfälle ja festgestellt werden und ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ob das genau stimmt, aber es war so ein um und bei 60, 70 Prozent aller Menschen über 60 haben mindestens einen Bandscheibenvorfall und die meisten wissen davon gar nichts. Ich bekomme auch häufiger die Frage beziehungsweise auch bei uns im Trainingszirkel hatten wir das letztens im Bodyweight Circle in der Sprechstunde. Da sind auch ja Leute bei uns in der Gruppe, die haben eben Bandscheibenvorfall oder sie haben Arthrose. Vielleicht nochmal die Frage, kann man, wenn man der ein oder andere, die ein oder andere hört vielleicht gerade zu und ist gerade in der Situation diagnostizierter Bandscheibenvorfall mit Schmerzen, also mit allem, was dazugehört, kann man auf einer konservativen Art und Weise, also ohne OP, da wieder rauskommen und auch in eine Richtung, dass man sich wieder voll belasten kann. Also Stichwort, wenn ich jetzt aus dem Krafttraining komme, eine meiner Lieblingsübungen, allerdings auch eine der Übungen, vor die ich immer ein bisschen Angst habe, ist halt schweres Kreuzheben, wo ich inzwischen auch zumindest für mich also ein ganz gutes Gewicht mir erarbeitet habe. Kann man sowas machen, schweres Kreuzheben jetzt an dich als Arzt mit Bandscheibenvorfall? Natürlich nicht akut, aber dass man da wieder hinkommt. Also ich glaube, man muss an das Thema Bandscheibenvorfall sehr differenziert rangehen, so wie an alles. Ja, also man muss erst mal gucken, okay, was sind eigentlich meine Beschwerden und passen meine Beschwerden, die ich habe, überhaupt zu einem Bandscheibenvorfall? Das Hauptproblem beim Bandscheibenvorfall ist ja, dass durch das Austreten des Inneren der Bandscheibe, also ich beschreibe es immer wie eine Zahnpastatube, du hast eine äußere Hülle, das ist der Phasering der Bandscheibe und wenn in der Tube ein Riss ist, also in dem Ring ein Riss ist, dann kann die Zahnpasta rausquellen, das ist dann also der eigentliche Vorfall, ja, das Innere der Bandscheibe quillt nach außen und wenn es blöd läuft, drückt es halt auf einen Nerv, der an der Bandscheibe vorbeigeht. Dieser Nerv zieht in ein definiertes Areal im Körper, jetzt an der Lendenwirbelsäule zum Beispiel in die Beine, so und berichtet mir der Patient zum Beispiel einen Schmerz entlang dieses Nervenverlaufes und sehe ich genau an diesem Nerv auf der Höhe in der Lendenwirbelsäule dann auch den passenden Bandscheibenvorfall, dann bringe ich diese beiden Schmerzen auch in Einklang, ja, oder das führe ich dann, da führe ich diesen Schmerz dann auch auf diesen Bandscheibenvorfall zurück. Sehr, sehr häufig kommen halt Patienten zu mir, die einen reinen Rückenschmerz haben, der nicht unbedingt, sage ich mal, zu dem Bandscheibenvorfall passt oder sie haben Schmerzen im anderen Bein zum Beispiel und da wird der Nerv gar nicht bedrängt, ja, dann muss man das schon ein bisschen hinterfragen, ob der Bandscheibenvorfall wirklich immer die Ursache ist für den Schmerz. So, das heißt, ich glaube, dass halt zu häufig die Bilder, die man dann durch das MRT gewinnt, wo der Bandscheibenvorfall möglicherweise auch zufällig gesehen wird, zu häufig die Bilder therapiert werden und zu schnell sozusagen der Rückenschmerz auf den Bandscheibenvorfall zurückgeführt. Das ist meine tägliche Erfahrung. Sollte man jetzt tatsächlich einen symptomatischen Bandscheibenvorfall haben? Also das heißt, diese Schmerzen sind auch hundertprozentig? Genau, das passt alles zusammen, ja, ich habe den Schmerz, der dazu passt, ich habe an der richtigen Stelle den Vorfall, das ist alles schlüssig, die Untersuchung passt dazu, das, was der Patient mir erzählt, passt dazu. Dann muss man immer differenzieren, gibt es sogenannte Red Flags, also irgendwelche Gefahren, die der Patient hat, wenn er das jetzt aussitzen würde, zum Beispiel Lähmungserscheinungen, ja, also ab einem gewissen Schweregrad kann man gewisse Lähmungserscheinungen oder Muskelschwächen nicht mehr tolerieren, dann müsste man den Nerv zügig operativ befreien, ja, dann muss man die Zahnpasta dann wegnehmen, damit der Nerv wieder frei ist und nicht bedrängt wird. Das darf man nicht übersehen, weil da würde dann eine Operation zum Beispiel Sinn machen, ansonsten ist der Großteil der symptomatischen Bandscheibenvorfälle konservativ in den Griff zu kriegen. Also da gibt es eine sehr gute Chance, dass man auch trotz des Bandscheibenvorfalls da rauskommen kann. Es gibt manchmal oder häufig dann einen ersten Schritt, in dem man halt medikamentös versucht, diesen Nerv so ein bisschen zu beruhigen, man nennt das PRT, Spritzen unter Röntgen oder CT, also Computertomographie, die man gezielt an diese Nervenwurzel spritzt, die da geärgert wird. Damit kann man schon mal eine gewisse Schmerzfreiheit erreichen oder Linderung erreichen, der Nerv kann sich beruhigen und parallel, und das ist alles entscheidend, muss eine Physiotherapie beginnen, eine manuelle Therapie. Da geht es dann darum, den Nerv zu mobilisieren, da geht es darum, Tiefenmuskulatur aufzubauen, wieder Basics zu schaffen, ein Bewegungsgefühl zu entwickeln und zu vermitteln, was dem Patient auch Sicherheit gibt, weil man ist sehr verunsichert als Patient, wenn man diese Diagnose gestellt bekommt, dann mag man erst mal sich gar nicht mehr bewegen. Das ist aber aus meiner Sicht und aus unserer Erfahrung auch genau falsch, dass man jetzt, also es gibt ganz selten, gibt es sicherlich auch, aber ganz selten Fälle, wo man wirklich abrät davon, sich in irgendeiner Form zu bewegen. Also ein gewisses Fitnesslevel, Beweglichkeitslevel kann man auf jeden Fall aufrechterhalten, so und dann denken wir wieder an unseren Return to Play, gibt es genau das auch für das Thema Bandscheibenvorfall und dann muss man immer natürlich individuell entscheiden, wie weit kann ich da gehen, ja, ich werde sicherlich jetzt nicht gleich empfehlen, 200 Kilo Kreuzheben machen, ja, zu machen, sondern da muss man sich halt hinarbeiten, aber ich würde es jetzt auch nicht gänzlich ausschließen, weil, und das sozusagen dann auch nochmal sozusagen abrunden zu dem Thema, kannst halt noch nicht alle Bandscheibenvorfälle miteinander vergleichen, es gibt große, es gibt kleine, es gibt kleine, die sind, die drücken ganz gemein auf den Nerv und machen viel größeres Problem als ein Riesenvorfall, der vielleicht gar keinen Schmerz macht. Da darf man sich nicht verunsichern lassen und da muss man einfach wirklich individuell schauen, aber man hat eine gute Chance, dass man wieder in ein sehr, sehr hohes Fitnessniveau gerät. Wir haben Eishockey-Spieler, die Bundesliga Eishockey wieder gespielt haben, nach Bandscheibenvorfall auf höchstem Niveau, gerade heute war wieder Hockey-Bundesliga-Spieler bei mir in der Praxis mit Bandscheibenvorfall, den ich jetzt über längere Zeit schon betreue, der auf höchstem Niveau spielt, und auch schmerzfrei spielt und den wir halt immer mal wieder einstellen müssen, nicht nur medikamentös, sondern halt auch mit dem richtigen Training. Da geht es zum Beispiel viel um die tiefe Rückenmuskulatur. Das ist immer ein netter Nebenbefund, den man im MRT dann sieht. Ach so, da sieht man auch die Muskulatur. Ja, da siehst du auch die Muskulatur und du kannst genau sehen, wer ein anständiges Tiefenmuskeltraining durchführt und wer das vernachlässigt. Und die, die es vernachlässigen, haben auch überproportional häufig Rückenschmerzen, haben natürlich weniger Stabilität, weil die Tiefmuskulatur ist für die Haltearbeit zuständig. Die sind zwar nicht so kräftig wie die großen Muskelgruppen, aber sie sind deutlich ausdauerfähiger. Welche Muskeln sind das? Zum Beispiel die Multifidi. Die rotieren die Wirbelsäule? Ja, und stabilisieren auch. Also allgemein ist es die autochtone Rückenmuskulatur. Die ist schon einfach extrem wichtig. Die liegt der Muskulatur ganz nah. Das sind keine Muskeln, die mit klassischen Rückenstreckerübungen trainiert werden. Das sind eher Muskeln, die durch Bosuball oder Trampolin oder Halteübungen auf einem Bein mit Flexibars trainiert werden, wo du halt kleine Ausgleichsbewegungen machen musst oder du lässt dich in die Liegestützposition fallen und musst das stabilisieren. Ja, auch das ist zum Beispiel mit Aufgabe dieser Muskulatur. Das ist ja interessant. Ich muss dran denken, damals, als ich bei der Bundeswehr war, haben wir uns immer in den Liegestütz fallen lassen. Also aus dem Stand ein Liegestütz dann abfedern und dann Liegestütze gemacht. Muss ich ehrlich gesagt, Sagen habe ich seitdem nicht mehr gemacht. Ist wahrscheinlich eine gute Sache, wenn man es kann. Ob das jetzt, also du kannst ja auch gegen die Wand machen, das ist nicht ganz so extrem. Das ist sicherlich nicht die einzige Art und Weise, wie man die bekommt. Aber man muss sich schon, wenn man die wirklich gezielt trainieren will, am besten mit einem Physio oder mit einem versierten Trainer, der sich damit beschäftigt, muss man schon gezielte Übungen machen, wo man weiß, okay, damit erreicht die Muskeln, weil du spürst die kaum. Du kannst nicht wie beim Bizeps-Training irgendwann danach die Ermüdungen feststellen, sondern das ist halt, du musst halt nur wissen, okay, ich setze hier die richtigen Reize und extrem wichtige Muskulatur, die deutlich zu selten explizit trainiert wird. Die Frage ist ja, wo brauche ich die Muskulatur, wenn ich keine solche Sportart mache? Benötige ich die Muskulatur wahrscheinlich nicht. Also wenn ich sitze, wenn ich meinen Alltag bestreite, brauche ich sie wahrscheinlich nicht in dem Maße. Und wenn ich, habe ich jetzt so ein bisschen rausgehört, wenn ich jetzt klassisches Krafttraining mache, die olympischen Übungen oder Kreuzheben, Kniebeugen, da habe ich natürlich eine Stabilisation drin, aber ich habe nicht diese wackelige Geschichte in der Regel. Ich habe sie natürlich mehr drin beim Kniebeugen mit der Langhantel als zum Beispiel an der Beinpresse. Ja, oder wenn du einen Ausfallschritt nach vorne machst, dann musst du schon viel mehr ausgleichen und austarieren. Da wirst du auch mehr Anreize dafür geben, als wenn du jetzt statisch an einer Stelle stehst. Also eine Einbein-Kniebeuge würde da zum Beispiel einen besseren Trainingseffekt machen als die zwei Beine. Zum Beispiel, wenn du dann oben noch mit den Armen wackelst oder kreist oder kleine Bewegungen machst, dann wirst du da unten viel arbeiten müssen. Aber wie gesagt, da gibt es sicherlich Physiotherapeuten zum Beispiel, die da deutlich bessere Tipps geben können, wo man sich vielleicht hier und da auch einfach mal ein paar Übungen erklären lassen kann, die man dann in sein Training integriert. Aber Autoptone Rückmuskulatur ist definitiv ein wichtiges Thema. Was wäre ein Indikator, was passiert, wenn diese Muskulatur nicht stark genug ist? Rückenschmerzen? Ja, also das kann auch eine Verkettung dann zur Folge haben. Zum einen werden natürlich die Gelenke in der Wirbelsäule mehr belastet, die Bandscheiben werden mehr belastet, weil die stabilisierende Rückenmuskulatur entlastet diese ganzen Strukturen. Und zum anderen, wenn die nicht genug vorhanden sind, dann müssen die großen Muskelgruppen übernehmen. Die kompensieren dann wieder, womit wir wieder beim Kompensationsthema sind. Die sind aber nicht dafür gemacht, lange, ausdauernd Halterarbeit zu verrichten. Die sind vielleicht mal dafür da, dass man irgendwas Schweres hebt oder irgendwo für einen recht kurzen Zeitraum Kraft aufwendet, aber diese großen Muskelgruppen ermüden dann zu schnell und machen dann möglicherweise auch schneller zu, womit wir dann vielleicht wieder bei einem Verspannungsthema sind, wo man erstmal wieder rauskommen muss. Also dieses so, ich kann nicht mehr stehen, mein Rücken tut weh, ist halt häufig zum Beispiel ein Problem, was dann in der Tiefe zu suchen ist und nicht an den großen Rückenstreckern. Also diese kleinen Muskeln sind einfach viel ausdauerungsfähiger und deswegen extrem wichtig, bevor es dann halt zu einer Kettenreaktion kommt. Wenn wir über Bandscheibenvorfall reden, gibt es ja die einen, die sich operieren lassen, die anderen, die es konservativ machen. Gibt es da irgendwie Erkenntnisse zu, welcher Weg wie erfolgreich ist? Also wie einfach schon gesagt, es gibt einmal klare Indikationen für eine OP. Wenn man Lähmung hat, höheren Grades oder sogenannte Red Flags, dann läuft der Weg zur OP. Manchmal gibt es so 50-50-Fälle, wo man sagt, okay, hier könnte man operieren, aber es ist nicht zwingend notwendig. Da entscheidet dann häufig der Schmerz am Anfang. Wie stark ist der Schmerz? Wenn man den medikamentös gut einstellen kann, dann besteht schon die Chance, dass zum Beispiel, wenn man jetzt die Patienten vergleicht, da gibt es Studien drüber, die sofort operiert werden, die sind sicherlich schneller schmerzfrei, aber die Patienten, die sich für eine rein konservative Methode entschieden haben, sind in der Einjahresverlaufskontrolle auf einer gleich hohen, haben eine gleich hohe Lebensqualität. Die sind ähnlich beschwerdefrei, wie derjenige, der sich hat operieren lassen. Es dauert nur länger, bis man dieses Ziel erreicht. Und solange in dieser Zwischenzeit keine dieser Red Flags auftreten, die unbedingt eine OP erzwingen, dann hat man durchaus eine Chance, wenn man ein bisschen Geduld hat, dass man ein ähnliches Outcome hat, wie die, die sich schnell operieren lassen. Das ist übrigens auch zum Beispiel beim Meniskusriss so. Es gibt Indikationen beim Meniskusriss, die man sofort operieren muss, wenn der einklemmt. Und es gibt die Häufigkeit, also häufiger ist, dass man sich nicht operieren lässt und dann am Ende genauso happy ist und schmerzfrei wie jemand, der schnell operiert wird. J. Rotti fragt, was kann man bei chronischen Verletzungen unternehmen? Helfen Wobenzüme? Nun, Wobenzüme ist ein Markenname, also Enzyme, sowas wie Bromelain, Papain, Enzyme, die man in der Apotheke kaufen kann. Ich fange mit dem zweiten Teil, also was helfen Enzyme allgemein bei chronischen Verletzungen? Das kann man, glaube ich, hier an dieser Stelle nicht beantworten. Es gibt kein Allheilmittel und so wenig, also sie werden sicherlich hier und da bei manchen Patienten sinnvoll einzusetzen sein. Insofern, also auch ich nutze die eher bei Akutverletzungen, bei Entzündungen oder bei Blutergüssen etc. da nutze ich schon auch Enzyme. Interessanter finde ich eigentlich den ersten Teil, was kann man bei chronischen Verletzungen unternehmen, so nach dem Motto, hat man überhaupt noch eine Chance, sich zu verbessern und da sehe ich ganz, ganz viel Potenzial, weil häufig ist es erstens abgestempelt als chronische Beschwerde. Ja, wann ist denn etwas chronisch? Also was sind da Kriterien? Ja, man sagt jetzt so nach sechs Monaten zum Beispiel gilt eine Beschwerde als chronifiziert. Da passieren natürlich dann mehrere Prozesse bis hin zum Schmerzgedächtnis, was sich vielleicht entwickelt. Also je länger eine Beschwerde vorliegt, je mehr verschiedene Baustellen tun sich vielleicht auch auf, die man behandeln kann. Das behandelt vielleicht nicht nur noch den chronischen Knieschmerz, sondern auch die Folgeerscheinungen daraus. Also vielleicht dass der langen Zeitraum Knieschmerzen hat, benutzt man die Muskulatur an den Beinen in der Regel nicht mehr so sehr. Man entlastet die andere Seite mehr. Man hat Angst vor bestimmten Bewegungen, die den Schmerz vielleicht verursachen. Da gilt es auch wieder anzusetzen, zu schauen, was machen wieder unsere Basics, wie ist unser Fundament, wie ist die Beweglichkeit, die Ansteuerung, wie sind die Muskeln, was verursacht eigentlich den Schmerz. Und wenn man da schlauer wird darüber, was den Schmerz verursacht, dann gibt es natürlich auch Behandlungsmöglichkeiten. Also ich würde chronische Schmerzen nie abschmettern und sagen, dass man da keine Chance mehr hat. Da habe ich schon zu viele Beispiele gehabt, die sich dann noch mal deutlich verbessern konnten und auch ihre Schmerzen besser verstehen möchte gerne wissen, woran erkenne ich denn einen guten Facharzt? Nehmen wir jetzt mal das, was ihr macht, also sprich Orthopädie, orthopädischer Ansatz bei Sportlern. Ja, also wenn man mich fragt, es steht im Vordergrund, dass man natürlich einen strukturellen Schaden einmal sicher ausschließt, also basic schulmedizinisch arbeitet und dann aber schon auch noch einen Schritt weiter geht, die Funktion sich anguckt, ganzheitlicher das Thema betrachtet und dazu gehört halt auch dann seine Grenzen zu kennen, also du musst halt auch sagen können, okay, ich komme hier nicht weiter oder hier würde ich dir eher XY empfehlen oder einen anderen Kollegen oder einen Physiotherapeuten, also dass man weiß, okay, was kann ich beitragen zu diesem speziellen Problem und wo muss ich mir Leute ins Boot holen, wo muss ich mein Team aufbauen, wer kann diesen Patienten bestmöglich behandeln, so, das muss man erkennen und dazu gehört sicherlich auch ein gewisses Netzwerk und Überblick. Sam the Boxer Dog fragt, ist lockeres Joggen trotz starker Hüftarthrose möglich? Ich bin erst 32 glaube ich, dass es möglich ist, aber damit wiederhole ich mich vielleicht noch ein bisschen, wer jetzt gerade schon zugehört hat, wird jetzt hören, dass ich da anders rangehe, dass ich mir eben nicht nur das Bild angucke und sehe, okay, du hast eine Arthrose, deswegen hast Hüftschmerzen, deswegen würde ich dir abraten, joggen zu gehen, sondern auch hier muss man gucken, ist die Hüftarthrose, die vorliegt, ursächlich für den Schmerz und was sind die Begleiterscheinungen und wenn ich zum Beispiel die Begleiterscheinungen wie die eingeschränkte Beweglichkeit in dem Hüftgelenk vielleicht oder die mangelnde Stabilisationsfähigkeit, wenn ich das verbessere, über gezieltes Training kann es auch sein, dass man sich deutlich verbessert und dann kann eine moderate Belastung, wenn man jetzt das nicht übertreibt, auch in Formel von Joggen möglich sein und auch förderlich sein, den bisschen Knorpel, was da vielleicht noch über ist, zu erhalten, weil der Knorpel und der Knochen braucht auch eine gewisse Form der Belastung, um halt ernährt zu werden, um vital zu bleiben. Insofern ich würde das nicht ausschließen, nur weil der strukturelle Schaden vielleicht hoch ist. Man muss hier natürlich immer Risikonutzen abwägen. Vielleicht gibt es Alternativmethoden, wo man sich auspowern kann, die vielleicht für das strukturelle Problem, was man hat und was auch nicht rückläufig ist. Also wenn man erstmal so eine starke Arthrose hat, einen Knorpelschaden hat, dann kann man den auch nicht wieder zurück drehen. Dann geht es eigentlich eher so in eine Richtung. Man kann nur das System drumherum optimieren, dass man vielleicht schmerzfrei ist. Die Chance sehe ich. Aber den Strukturschaden selbst bei dieser Diagnose wird halt vielleicht gesünder sind. Ist das nun die Erfüllung schlechthin für einen Patienten ein paar Kilometer laufen zu gehen, locker laufen zu gehen, dann muss man halt das offen kommunizieren, dass es vielleicht nicht die optimale Belastung ist, dass man es sicher hinkriegt, dass er schmerzfrei machen kann. Es ist dann eine Frage der Aufklärung, was er damit bewirkt, wenn er trotz Strukturschadens weiter die Felge belastet sozusagen. Das heißt, okay, du würdest dir angucken, wie ist jetzt erstmal die Funktion, vielleicht ist die Statik gar nicht so gut, also die Stabilisation, da erstmal dran arbeiten und ich meine, wahrscheinlich ist es so, dass die wenigsten zu dir kommen, die auch Sport machen und halt irgendwie da perfekt sind, was die Stabilisation angeht, oder? Klar. Da kann wahrscheinlich jeder irgendwie noch was dran arbeiten und in der Regel, wenn man Beschwerden hat, unterstelle ich jetzt mal und man da eine Optimierung macht, also Stabi-Training, die stabilisierende Muskulatur aufbaut, dann auch vielleicht an der Technik was machen, was du mir mal gesagt hast, ist halt beim Stehen mein Gewicht anders zu verlagern, also nicht so weit auf dem Vorfuß mehr auf der Hacke, solche Dinge, die man halt einfach optimieren kann und sodass dann eine Gewohnheit draus wird und dann eben auch eine Besserung eintritt. Zum Beispiel, ja. Also es gibt Hoffnung, das ist auch schon mal gut. Und wenn nicht, dann muss man es offen kommunizieren. Also ich werde auch nicht jedem irgendwas versprechen wollen, oder das versuche ich zumindest, dass ich nicht falsche Versprechen mache. Ich kann sowieso nichts versprechen, es gibt keine 100% Garantie für das, was man tut, aber es ist, man muss den Leuten erklären, worum es geht, wo die Beschwerden aus meiner Sicht herkommen und man muss Risiko nutzen immer abwägen und da auch den Patienten drüber aufklären. Das halte ich schon für wichtig. Milana fragt, das geht ziemlich in die Richtung, was wir eben auch besprochen haben, sie hat einen Bandscheibenvorfall, kann ich mit einem Bandscheibenvorfall in der Halswirbelsäule weiterhin trainieren, beziehungsweise was darf ich beim Training beachten und ich gehe jetzt mal davon aus, dass das schon behandelt ist, also nicht akuter Bandscheibenvorfall, dann würde man wahrscheinlich gar nicht trainieren wollen, wenn man Schmerzen hat, aber was würdest du da noch ergänzen? Ja genau, auch hier hängt es davon ab, was ist das für ein Bandscheibenvorfall, welches Ausmaß hat der, an der Halswirbelsäule muss man natürlich extrem vorsichtig sein unter uns, weil alle Kabel, die durch den Körper laufen, halt erstmal durch die Halswirbelsäule gehen und sollte da Druck entstehen, auf viele Kabel, auf viele Nerven, dann sind auch viele Strukturen in Mitleidenschaft gezogen, deswegen ist es natürlich extrem wichtig, dass man es einmal ärztlich bespricht, dass man es physiotherapeutisch bespricht und sich erstmal mit dem Physiotherapeuten führen, oder von dem Physiotherapeuten führen lässt, was die Belastung und die Belastungssteigerung angeht. Und auch da kann man dann gucken, okay, wie weit will ich eigentlich, wo will ich eigentlich wieder hin, will ich jetzt Kugel stoßen, oder will ich Kraft-Dreikämpfer werden, oder will ich einfach nur ein bisschen Fitness machen, sag ich mal, normales Fitness mit moderaten Krafttraining ist sicherlich machbar, vor allen Dingen, je mehr Zeit vergeht, in den ersten Wochen, Monaten, ist das Ganze schon noch recht vulnerabel, also frisch und da kann auch immer noch mehr Bandscheibengewebe weiter austreten, je mehr Druck aufgebaut wird. Beim Krafttraining, wenn man presst und wenn man sich extrem anstrengt, entsteht schon auch viel Druck, der sich dann natürlich auch auf so eine Bandscheibe auswirken kann. Deswegen muss man da sicherlich ein bisschen differenzieren, welchen Zeitpunkt befindet sich die Patientin gerade, was hat sie vorher an Reha gemacht, wie ist sie geschult, wie sieht der Bandscheibenvorfall aus und so weiter. Also ich kann es leider nicht so allgemein beantworten. Prinzipiell ja, es gibt immer die Möglichkeit, dass man Form des Trainings machen kann, aber sie muss sehr gut angeleitet sein und muss auch verstehen, was da gerade passiert. Ich würde jetzt vielleicht auch da nicht in die Maximalbelastung gehen, vor allen Dingen nicht in den ersten Monaten. Was wäre so ein Zeitraum, wenn man gut begleitet wird bei einem Bandscheibenvorfall, wo in den meisten Fällen auch wieder eine normale Belastung möglich ist? Also ich würde jetzt mal so aus dem Stehgreif ungefähr ein halbes Jahr bis Jahr sagen. Da ist es sicherlich ein guter Zeitpunkt, um aus dieser Akutphase rauszukommen. Die dauert, sagen wir jetzt mal acht Wochen, vier bis acht Wochen. Dann beginnt ein Aufbauprozess mit den Physios, wo es dann nicht mehr darum geht, nur noch zu lockern und Nerven zu mobilisieren, Tiefenstabil aufzubauen, sondern dass man dann schon auch die größeren Muskelgruppen wieder belastet, dass man komplexere Bewegungsabläufe wieder macht. Also das kann ganz schnell gehen, aber ich würde jetzt mal irgendwo was in diesem Zeitraum sagen. Sabine fragt, ich habe gerade eine Schleimbeutelentzündung am Knie. Wie heile ich sie aus? Das verzahnt auch glaube ich mit einigen Sachen, die wir schon besprochen haben. Ich würde jetzt mal tippen, dass das eine ist halt sozusagen die Akuten, die Schmerzen wegkriegen, das andere ist die Ursache wegkriegen. Genau. Also was hat dazu geführt? Natürlich interessant. Eine Entzündung vergleiche ich immer mit einem Lagerfeuer. Das kann man sich vielleicht ganz gut vorstellen. Am Anfang brennt alles, die Entzündung ist total akut. gut, dann mischt das Feuer so langsam. Die Entzündung reguliert sich vielleicht durch Pause, durch kühlende Maßnahmen, durch Umschläge, durch Therapie. Aber dieses Lagerfeuer glüht häufig noch etwas. Und da ist halt immer entscheidend, dass man nicht im falschen Moment Holz draufschmeißt. Also dass du halt diesen Zeitpunkt abwartest, wann du wieder vermehrt die Belastung durchführst, die vielleicht auch zu der Entzündung geführt haben. Sobald die Entzündung weg ist, kann man wahrscheinlich wieder relativ entspannt voll belasten. Aber man muss da eine gute Steuerung abwägen, wann man noch dafür sorgt, dass die Glut erlischt. Mit allen Maßnahmen, die es da draußen gibt, wie gesagt von Kühlung, auch Enzyme allgemein sind da möglich, dass man die einnehmen kann. Am Knie explizit, je nachdem wo die Schleimbeutel Entzündung gerade ist, muss man natürlich Reibung vermeiden. Ja, weil das ist halt der Sinn eines Schleimbeutels, immer irgendwo Reibung zwischen zwei Medien irgendwo abzupuffern. Und wenn es halt zu viel Reibung gab, der zu stark provoziert wurde, dann kann er sich halt entzünden. Also zum Beispiel der Fliesenleger, der viel auf Knien unterwegs ist, ist so der klassische Patient für eine Schleimbeutelentzündung rund um das Knie. Also Entzündung ordentlich abklingen lassen und dann schrittweise aufbauen. Dann sich nochmal Gedanken machen, warum habe ich die bekommen? Hatte ich jetzt ein Ereignis, was ich Unkraut gejätet habe den ganzen Tag und deswegen hatte ich danach ein dickes Knie? Oder hat mein Laufstil dazu geführt, dass sich der Schleimbeutel entzündet hat? Das sind zwei Paar Schuhe und zwei Dinge, die halt unterschiedlich in der Ursache bekämpft werden müssen. Das eine kann ich halt vermeiden und kann ich eindeutig zurückführen. Bei der Laufstilanalyse zum Beispiel wird es dann schon ein bisschen komplexer. Aber wenn das der Grund war, dann sollte man sich natürlich schon Gedanken machen, okay, was passiert da, wenn ich laufe, was zu dieser Entzündung geführt hat? Und da reicht es dann nicht nur aus, das Feuer zu löschen, die Entzündung zu bekämpfen, sondern dann muss man einen Schritt weiter gehen und auch nochmal an der Ursache fallen. Und dann als letzte Frage die Ice Queen fragt, woher weiß ich, wann ich nach einer Verletzung wieder mit dem Sport anfangen kann? Auch hier muss man natürlich überlegen, ist man gerade in ärztlicher oder physiotherapeutischer Behandlung, die sollten diese Frage eigentlich für einen mehr oder weniger beantworten, beziehungsweise können einem immer Tipps geben, wie man mit der Verletzung trotzdem Sport macht. Also habe ich eine Sprunggelenksverletzung, kann ich meinen ganzen Oberkörper trainieren, man kann schon noch viele Sachen machen, das mal so nebenbei. Ansonsten hatte ich ja auch eingangs zum Beispiel dieses Return-to-Play-Schema erwähnt, das ist ein relativ systematischer Wiedereinstieg in den Sport durch die verschiedenen Levels. Die kann man natürlich unterschiedlich detailliert durchführen. Du kannst allgemeine Testungen machen, die für jedermann möglich sind. Du kannst aber auch bis ins Detail gehen, gucken, wie macht meine Muskulatur im EMG mit, also messen, macht die Muskulatur im richtigen Moment das Richtige und so weiter und so fort. Gibt es also verschiedene Herangehensweisen, wenn man jetzt keine Führung hat, dann ist natürlich immer wichtig, dass man sich einmal ein bisschen vom Schmerz führen lässt. Ja, was hat man für eine Verletzung? Es gibt viele Verletzungen, zum Beispiel ein Knochenödem, was nach drei, zwei, drei Wochen kaum noch Schmerzen macht im Alltag. Also sozusagen blauer Fleck am Knochen. Genau, ja, also eine Stressreaktion im Knochen kann relativ schnell wenig Beschwerden machen, aber sobald ich halt zu viel belaste, tut es wieder arg weh und ich fange wieder von vorne an. Dann waren die ersten drei Wochen Pause eigentlich für die Katz. Deswegen, das muss man schon immer differenziert betrachten. Wenn ich jetzt zum Beispiel Muskelfaserriss habe, dann kann das zwischen sieben und 21, 28 Tage dauern, so eine Regeneration, je nach Größe. Und dann muss man halt auch immer wieder schauen, okay, welche Übungen kann ich denn trotz des Risses machen, wo ich den Muskel vielleicht nicht so belaste, um mich fit zu halten. Also es gibt da sicherlich keine allgemeine Formel, das sind so ein paar Richtlinien. Schmerz, Basics hinterfragen, Return to Play wäre optimal. Bis hin zur biomechanischen Analyse kann man da vieles machen, wenn man da, muss man einfach vielleicht auch den Fachmann dann fragen, dass der einen da durchführt. Ich meine, früher hat man ja eher gesagt, immer schonen, möglichst Sportpause und so. Da höre ich so ein bisschen raus, dass du eher empfiehlst, halt das zu machen, was möglich ist, trotz der Verletzung, ohne natürlich den Heilungsprozess negativ zu beeinflussen. Also eher ein Plädoyer, weiterhin Sport zu machen, was möglich ist, Fragezeichen? Ja, bei den meisten Sachen schon. Also es sei denn, jemand hat wirklich eine Infektion zum Beispiel, da gilt Sportpause, ansonsten riskierst du Schlimmeres. Aber weitestgehend ist es natürlich positiv, den Stoffwechsel aufrecht zu erhalten. Das führt auch dazu, dass Dinge manchmal schneller abheilen. Man muss sich nur gute Gedanken machen, dass man halt die Verletzung, also wenn eine Ruhe indiziert ist für die Verletzung, eine Ruhestellung zum Beispiel, dass ich die dann auch so einhalte. Aber klar, je mehr fit bleibt, je schneller bin ich danach auch wieder der Alte und muss nicht an Folgebaustellen arbeiten, die entstanden sind. Ralf, ich sehe schon, das Thema ist, und ich hatte es vorher schon ein bisschen befürchtet, das ist halt einfach so dermaßen komplex, dass wir einfach jetzt ein bisschen auch in die Breite gegangen sind, bisschen mehr in die Grundlagen, wie man mit Sportverletzungen umgeht. Ich glaube, wir haben einen ganz guten Rundumschlag hingekriegt. Das Thema ist so komplex, dass wir da auch locker fünf Stunden drüber reden könnten, wenn wir es denn könnten, was die Konzentration angeht. Ich bedanke dir auf jeden Fall, dass du dir diese lange Zeit genommen hast, über dieses Thema zu sprechen und auch Hilfestellung zu geben. Ich würde hier jetzt für heute mal einen Punkt setzen. Hoffe, dass es für dich, der du zuhörst, auch, dass du was für dich mitnehmen konntest. Interessiert mich natürlich immer was, also deine Ahas, die darfst du auch gerne teilen in den Shownotes unten in den Kommentaren. Und wenn du darüber hinaus Fragen hast, die sich ergeben haben, dann poste die gerne. Vielleicht machen wir auch irgendwann nochmal eine Fortsetzung, dann können wir die nochmal aufnehmen. Interessant wäre es auf jeden Fall. Ralf, vielleicht an dich nochmal, ich habe immer noch so ein paar persönliche Fragen und eine würde ich hier gerne nochmal rausnehmen und zwar die nach den Gewohnheiten. Gibt es irgendwelche absurden, ungewöhnlichen Gewohnheiten, die du hast? Wahrscheinlich viele. Also ich löffel gern Hoteller, tatsächlich. Das ist sicherlich eine Sache und ich gehe tatsächlich gerne bei richtig sauschlechten Wetter im Sturm etc. raus, möglichst ans Meer. Können vielleicht auch nicht so viele nachvollziehen, aber mit ostfriesischem Background ist man da vielleicht ein bisschen veranlagt zu, wobei ich auch genauso gerne die Sonne genieße. Keine Ahnung, also das sind vielleicht für den einen oder anderen etwas absurdere Gewohnheiten. Ansonsten versuche ich wenig absurd zu sein. Ich kann die beide nachvollziehen, auch ich komme ja auch von der Küste, wenn auch von der anderen Seite, von der Ostsee, aber das weckt bei mir immer diese schönen Gefühle aus der Kindheit und Friesland, du kommst aus Emden, ne? Gebürtig. Genau. Ja, also Gruß an alle Emdener, die hier zuhören. Übrigens schöne Gegend. Ich war auch vor ein paar Monaten da in Ostfriesland, habe ich sehr genossen. Lohnt sich zu besuchen. Die letzte Frage, wenn man gucken möchte, was du so machst oder vielleicht auch, wer sich von dir unterstützen lassen möchte, wo findet man dich am besten online? Ja, wir sind im Ortozentrum in der Hafencity hier in Hamburg. Wir bauen gerade unsere Homepage neu auf, deswegen werdet ihr aber einen Kontaktdaten auf jeden Fall finden unter www.oz-hafencity.de. Genau. Und dann sagt die Homepage euch, wo ihr klicken müsst. Wir würden uns auf jeden Fall sehr freuen. Ja, du hast das letzte Wort, wenn du auf den Smartphones da draußen der Menschen eine Nachricht aufpoppen lassen könntest, was steht da? Ja, von meiner Funktion als Sportmediziner würde ich natürlich sagen, die Form folgt der Funktion. Ja, darüber können wir mal sacken lassen. Ansonsten allgemein würde ich sagen, dass man optimistisch bleiben sollte und sich einander mit Respekt begegnen sollte. Das ist so meine Message an die Welt, die glaube ich nicht neu ist, aber die so mein Credo ist. Und ja, damit hätte ich glaube ich ein gutes Gefühl, das durch alle Smartphones zu senden. Und hier nochmal der Sponsor. Diese Folge wurde dir präsentiert von Athletic Greens. Athletic Greens ist das grüne Pulver, mit dem ich morgens in den Tag starte und das Ganze schon seit sieben Jahren. Ich empfehle nicht allzu viele Nahrungsergänzungsmittel, aber das hier ist eins, was zu meinen Basis- Empfehlung gehört. Enthält 75 Vitamine, Mineralstoffe, viele sekundäre Pflanzenstoffe und andere gesunde Substanzen, Präbiotika, Adaptogene und so weiter, was das Immunsystem stärkt, was gut ist für die Regeneration, für den Energiehaushalt und natürlich eine gesunde Darmflora. Als Fitness- und Markhörer bekommst du hier ein ganz spezielles Startangebot. Als Neukunde bekommst du zu deiner ersten Lieferung fünf Travel Packs, einen Jahresvorrat an Vitamin D mit Vitamin K2 und noch ein Willkommenspaket mit einer schicken Keramikdose und einem Shaker. Das Ganze bekommst du, wenn du auf fmmag.de gehst. fmm wie Fitness mit Mark, ag wie athleticgreens.de, also fmmag.de. Schau einfach mal rein. Cool, dass du bis jetzt dran geblieben bist. Falls du Feedback hast zu dieser Show oder Vorschläge für Interviewpartner, die ich in einer der nächsten Folgen interviewen sollte, schick mir eine Mail an podcast.marathonfitness.de. Die Shownotes und weitere Infos findest du unter marathonfitness.de-podcast. Und da findest du auch Links, wie du mich über Twitter, über Facebook oder über andere Wege erreichen kannst. Falls du diese Folge hörst und noch nicht abonniert hast, über iTunes oder über Stitcher oder andere Plattformen, dann solltest du das schleunigst ändern. Die beste Möglichkeit dran zu bleiben ist, wenn du dir diesen Podcast kostenlos auf deinem Phone oder auf deinen Computer liefern lässt. Du kannst ganz einfach abonnieren, indem du auf iTunes gehst und dort nach Fitness mit Mark suchst oder du gehst auf www.marathonfitness.de-podcast und klickst auf abonnieren. Wenn dieser Podcast dir gefällt, dann kannst du auch was zurückgeben. Geh auf iTunes, gib mir deine 5-Sterne-Bewertung und schreib was Nettes. Ich lese das und ich werde dir ewig dankbar sein, versprochen. Der Punkt ist der, mit deiner Bewertung hilfst du, dass dieser Podcast leichter gefunden wird von Menschen, denen diese Infos auch helfen könnten, um ihren Körper zu verbessern, um nackt gut auszusehen. Denn das beste Kompliment, das du mir machen kannst, ist eine Empfehlung an jemand anderen.